Über die Jahre, die ich ihn begleiten durfte, hat mein Freund Sherlock Holmes viele haarsträubende Abenteuer erlebt. Neben den bekannten Verbrechen, die ich in diversen Romanen und Kurzgeschichten aufbereitete und zu seinem Leidwesen ausschmückte, gab es auch nicht wenige Erlebnisse jenseits des Fasslichen. Fälle, die nicht mit der ihm eigenen, entwaffnenden, rationalen Logik erklärt werden konnten. Ereignisse, die so brisant waren, dass ich sie nur unter Decknamen oder in der dritten Person niederschreiben konnte, wenn überhaupt. Von manchen Vorkommnissen blieben mir nur eilig hingekritzelte Stichworte, und einiges sollte besser für immer im Verborgenen bleiben. Nun, da sich mein Leben dem Ende zuneigt, habe ich beschlossen, meine Aufzeichnungen noch einmal hervorzuholen und von den vielen unbekannten und unglaublichen Fällen meines Freundes zu berichten. Blättern Sie mit mir in den Sherlock Holmes Chronicles. Blättern Sie mit mir in den Augenblick auf 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 den Augen Sherlock Holmes Chronicles Der Wehrmuff Ich brauche meine Aufzeichnungen nicht zur Hand zu nehmen, denn das Jahr, in dem sich der folgende Fall zutrug, hat sich erstens unauslöschlich in mein Gedächtnis eingebrannt und kann zweitens in jeder Literaturgeschichte nachgelesen werden. Alles begann mit dem Erscheinen eines inzwischen weltberühmten Romans. Es war das Jahr 1897 und der Held des Romans war ein widernatürliches Scheusal, ein untoter Blutsauger aus Transsilvanien, mit einem Wort, ich spreche von Bram Stokers Dracula. Leider gab es nur wenige Leser, denen das Buch auf Anhieb gefiel. Zu diesen Lesern gehörte ich. Die Kritiker dagegen waren sich einig. Sie lehnten den Roman als gotteslästerlich ab und behandelten ihn, als wäre er ein Werk von Marie Corelli. Eine besonders dümmliche Kritik entdeckte ich kürzlich beim Durchblättern meiner Dracula-Ausgabe wieder. Ich hatte sie aus irgendeiner Zeitung minderer Qualität herausgerissen und hineingelegt. Der Rezensent M. Harry Lane verriss den Roman auf das Gründlichste, gab aber unumwunden zu, ihn überhaupt nicht zu Ende gelesen zu haben. Obwohl es sich bei M. Harry Lane möglicherweise um eine Schreibende Amazone handelte, so denke ich noch heute, was ich damals dachte. Nämlich, dass ein hohles Geräusch, das beim Zusammenstoß eines Buches mit einem Kopf zustande kommt, nicht notwendigerweise vom Buch her rühren muss. Oder wie unser Freund George Bernard Shaw schon so richtig sagte, wer kann, der kann. Wer nicht kann, wird Kritiker. Von dem, was Sie da lesen, wird spätestens nächstes Jahr niemand mehr sprechen. Man könnte angesichts einiger Passagen glauben, man lese Dr. Watson anstatt Bram Stoker. Wenn das so wäre, würde ich mich geehrt fühlen. Aber selbst Sie dürften doch gemerkt haben, dass es sich durchaus um einen höchst originellen Roman handelt, selbst wenn ihn bornierte Kritiker nicht zu schätzen wissen. Sie sollten lieber etwas Wertvolles, instruktives lesen, Watson. Haben Sie kein Erbarmen mit einem geplagten Arzt und Autor, der wenigstens eine halbe Stunde am Tag entspannen will? Doch, doch, lieber Doktor, das habe ich. Aber muss man sich als kultivierter Mensch, als promovierte Mediziner sogar ausgerechnet bei Schundliteratur wie Dracula entspannen? Gehen Sie doch ins Konzert. Oder spielen Sie eine Partie Whist in Ihrem Club? Man muss sich ja seines Hausgenossens schämen. Ich kenne da jemanden, der tut zur Entspannung viel üblere Dinge. Was müssten sich dessen Hausgenossen erst schämen? Sie meinen Fraglos Kilberg, den Sadisten? Nein, ich meine Fraglos Holmes, den Kokainisten. Und nun lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Gehen Sie doch selber ins Konzert oder spielen meinetalben eine Partie Whist. Ich möchte jetzt lesen. Das Jahr 1897 erlebte nicht nur die Geburt eines Stücks Weltliteratur, sondern auch einen brütend heißen Sommer, der die Stadt regelrecht zum Dampfen brachte und im Verein mit den Hunderttausenden von rußenden Schornsteinen und Essen der Stadt einen förmlichen Dauernebel verursachte, der nur gelegentlich von den heftigen Sommergewittern vertrieben wurde, in denen sich die aufgestaute Hitze entlud. Dieser Dauernebel legte sich nicht allein Husten und Heiserkeit verursachend dumpfig auf Lunge und Pornchen, sondern auch aufs Gemüt, besonders bei meinem Freund und Hausgenossen. Vor kurzem hatte Holmes einige schwierige, ja bizarre Probleme lösen können, darunter das des Vampirs von Sussex, über das ich sicherlich irgendwann noch einmal berichten werde. Was ich zunächst wie ein übernatürliches Phänomen ausgenommen hatte, konnte bei Licht betrachtet, leider muss ich sagen, mit den Mitteln des Verstandes auf völlig befriedigende Weise geklärt werden. Ich konnte nicht umhin zuzugeben, dass mir zur Abwechslung ein echter Vampir durchaus nicht unwillkommen gewesen wäre. Der Juli ging zu Ende. Ich war gerade enttäuscht aus der Stadt zurückgekehrt, nachdem ich vergeblich eine sensationelle Ausstellung in der Regent Gallery hatte besuchen wollen. Wegen Einbruchs geschlossen, hatte am Eingang gestanden. Auch gut, hatte ich mir gedacht und den illustrierten Handzettel, durch den ich auf die Ausstellung aufmerksam geworden war, eingesteckt. Nach Hause zurückgekehrt, warf ich den Handzettel achtlos auf den Rauchtisch und ließ mich im Sessel nieder. Gleich darauf weilte ich wieder in Transsilvanien. Holmes' Heimkehr nahm mich kaum wahr. Dr. Watson! Ja, Holmes, was gibt's? Holmes hielt den Handzettel vom Rauchtisch in der Hand. Die hässlichste Frau der Welt. Die hässlichste Frau der Welt. Das müsste Sie doch als notorischen Frauenfeind interessieren. Ich bin mitnichten der Frauenfeind, als den Sie mich darzustellen belieben. Ich bitte aus dem Umstand, dass ich unbeweibt bin und es vermutlich auch bis zum Ende meines Erdendaseins bleiben werde, keine falschen Schlüsse zu ziehen. Ich verhalte mich, selbst wenn Sie das mit großer, gelegentlich an Bösartigkeit grenzender Vorliebe leugnen, im Gegenteil, Damen gegenüber stets ritterlich und zuvorkommend. Deswegen muss ich jedoch nicht gleich eine von Ihnen heiraten. Heiraten nicht! Wenn ich diesen sensationell aufgemachten Handzettel recht verstehe, handelt es sich bei der angeblich hässlichsten Frau der Welt um die öffentliche Zerschaustellung eines von Geburt an verunstalteten menschlichen Wesens durch einen gewissen Theodor Lent, um die Zerschaustellung einer Laune jener Natur, deren Geheimnisse Sie um jeden Preis geschützt wissen möchten. Ich finde das Begaffen dieses unglücklichen Menschenkindes, offengesagt eines Gentleman für unwürdig, Watson. Ich will niemanden begaffen, Holmes. Ich interessiere mich aus rein medizinischen Gründen für die Mumie. Mumie? Ach so, man verkündet diese armen Frau also nicht einmal im Tode ihren wohlverdienten Frieden? Hypertrichose ist eine sehr seltene Krankheit. Julia Pastrana war eine Mexikanerin und verschied bereits 1860. Ihr Kind starb kurz nach der Geburt und wurde ebenfalls einbalsamiert. Soll das heißen, dass man Sie noch immer zur Belustigung des hochwohlöblichen Publikums durch die Jahrmärkte und Pornoptiken schleppt? Ja, man tut es. Ich gebe Ihnen recht, Holmes, es ist im Grunde unwürdig. Und wenn die Sache korrekt abgewickelt würde, so zeigte man Senora Pastrana nur einem ausgewählten medizinischen Publikum. Für einen Arzt ist das Studium eines so außerordentlich missgestalteten Menschen eine einmalige Gelegenheit. Vielleicht kann man eines Tages solchen unglücklichen Wesen einmal helfen, wenn die Behandlungsmöglichkeiten oder die Operationstechniken weitere Fortschritte gemacht haben. Natürlich wäre es mir auch lieber, ich könnte die Mumie in aller Ruhe in der ruhigen klinischen Atmosphäre der Royal Anatomical Society ansehen und müsste mich nicht durch einen Haufen grölender Proleten in der Regent Gallery hindurchzwängen. Aber ich kann Sie beruhigen, die Ausstellung war bei meinem Eintreffen geschlossen, wegen Einbruchs. Es ist und bleibt eine Geschmacklosigkeit, Watson. Aber manchmal scheinen Einbrüche auch etwas Gutes zu haben. Ausgerechnet Julia Pastrana. Sehr seltsam. Ich wollte nicht weiter in Holmes dringen. Womöglich wäre der Disput noch für eine unerquickliche Weile lang weitergegangen. Über Geschmacksfragen soll man bekanntlich nicht streiten. Ich antwortete also nichts und trat nachdenklich ans Fenster, um hinauszusehen. Es waren dieses Mal nicht Sherlock Holmes Worte, die mich aus meinen Gedanken rissen, sondern das Klingeln des Postboten, den ich die Straße hatte entlangkommen sehen, ohne ihn eigentlich recht wahrzunehmen. Gleich darauf hörten wir Mrs. Hudson mit der Post die Treppe zu unseren Räumen heraufkommen. Sie brachte lediglich einen einzigen Brief. Mein Freund besah sich den Umschlag ausgiebig von außen, dann griff er zu seinem arabischen Dolch, der ihm als Brieföffner diente, trennte den Umschlag auf, entfaltete den Briefbogen, las und schüttelte den Kopf. Das ist ein Fall für Sie, Watson. Nicht für mich. Wieso für mich? Ich bin Arzt. Ist jemand krank? Bei diesem Wetter wäre das nicht verwunderlich. Krank? Physisch wohl nicht. Vielleicht eher im Kopf. Er hielt mir das Papier hin. Ich bin kein Seelenarzt wie dieser Freud, brummelte ich. Dann begann ich zu lesen. Sehr geehrter Mr. Holmes, ich möchte Sie höflichst bitten, sich eines merkwürdigen Phänomens anzunehmen, das mich seit einigen Tagen beunruhigt. Es handelt sich um einen Lykantropen. Ich werde mir erlauben, Sie umgehend aufzusuchen. Es folgten die Adresse und der mir völlig unbekannte Name, Albert Prentice Cothroy. Mr. Cothroy setzt selbstherrlich voraus, dass ich das hochgestochene Wort Lykantrop kenne. Warum schreibt er nicht einfach Wehrwolf? Dazu ist sein Brief trotz oder wegen seiner präzisen Formulierungen von fast unhöflicher Kürze. Und viel Zeit, uns auf seinen Besuch vorzubereiten, lässt er uns auch nicht. Das scheint er zu sein. Energisch wurde die Hausglocke betätigt und einige Augenblicke später meldete Mrs. Hudson einen Besucher. Er will aber nicht sagen, weswegen er kommt. Das hat nichts zu bedeuten, Mrs. Hudson. Ist er womöglich außerordentlich stark behaubt? Nein, Sir. Glatt rasiert, wie es sich gehört. Dann lassen wir bitten. Sie führte einen sehr vornehmen, leicht überheblich wirkenden Gentleman mit einem kleinen Reisekoffer in der Hand herein, der seinen Hut abnahm und sich steif verneigte. Cothroy. Albert Prentice Cothroy. Sie sind Apotheker, wie ich sehe, Mr. Cothroy. Ach, Sie kennen mein Geschäft. Aber ich bitte Sie, Mr. Cothroy. Ich brauche Ihr Geschäft nicht zu kennen, um zu wissen, von welcher Profession Sie sind. Ihre Krawatte weist Sie als Absolventen der Königlichen Schule für Pharmazie aus und das Abzeichen mit dem Mörser und dem Stößel an Ihrer Uhrkette belegt, dass Sie Ihrem erlernten Beruf auch nachgehen. Außerdem weisen einige Verfärbungen an Ihren Fingerspitzen, Kalium, Permanganat der Farbe nach, auf Ihren Umgang mit chemischen Substanzen hin. Gütiger Himmel, man hat mir nicht zu viel von Ihnen berichtet. Er machte eine kleine Pause. Holmes sah ihn herausfordernd an. Wie soll ich beginnen? Warten Sie. Am besten so. Also, ich habe eine Apotheke in London, wohne aber etwas außerhalb in Matthews Hall, einem ererbten Anwesen mit Park und sehr altem Baumbestand. Mir fehlen leider die Zeit und die Mittel, es so zu pflegen, wie es seinem Alter und seiner Geschichte nach angemessen wäre. Der Park, nun, vielleicht wäre vollständig naturbelassen, der richtige Ausdruck. Seit einigen Tagen halte ich mich, anders als früher, nicht mehr in meinem Park auf, denn es haust offenkundig jemand darin. Nein, genauer gesagt, ein haariges Ungeheuer auf zwei Beinen, bekleidet mit einer Hose, einer alten Jacke und einem großen Hut. Ich habe es selbst gesehen, wie es sich an den Brombeeren delektierte. Ein Wesen wie nicht von dieser Welt, wie aus einem Schauerroman. Ich sehe, Sie besitzen ein Exemplar des Dracula. Ob ich es mir mal ausleihen durfte, wenn Sie es gelesen haben? Verzeihen Sie, lieber Herr, aber ich pflege Bücher niemals auszuleihen. Oh, ganz offenkundig sind Sie ein ausgemachter Geizkragen, Mr. Cothroy. Nicht nur, dass Sie die Anschaffung eines Buches für zu teuer empfinden. Wenn Sie verreisen, sparen Sie auch gerne das Trinkgeld. Ja, das stimmt. Ich gebe auf Reisen aus Prinzip keinen Penny aus. Niemand soll aus dem Umstand, dass ich irgendwo als Fremder komme, profizieren. Aber das können Sie unmöglich wissen, es sei denn, Sie kennen mich, ohne dass ich... Ich kenne Sie nicht, aber ich weiß, was ich sehe und höre und ziehe meine Schlüsse daraus. Darf ich Ihnen meine Lupe anbieten? Hier, bitte. Der Messingbeschlag auf der Ecke Ihres Köfferchens. Sehen Sie die kleine mit einer Messerspitze oder einer starken Nadel eingeritzte Markierung in Gestalt eines Pfeils, der zur Ecke hin zeigt? Daran kann jeder Domestik in der ganzen Welt Ihren Geiz ablesen. Mein Koffer ist markiert? Wenn Sie so wollen. Man nennt es Gaunerzinken. Vielleicht haben Sie schon an einem Hoftor oder einer Haustür geheimnisvolle Kreidezeichen gesehen. Zum Beispiel einen Kreis, ursprünglich wohl eine Null. Das bedeutet, hier gibt es nichts. Landfahrer hinterlassen damit Hinweise für Ihre Kollegen. Die Bedeutung ist dieselbe wie der Pfeil auf Ihrem Koffer. Sie werden damit in aller Welt als Geistkragen erkannt. Und nun verlangen Sie, dass ich das böse, böse Tier aus Ihrem Garten scheuche, womöglich umsonst? Es mag Ihnen dumm vorkommen. Mr. Cothroy, die Beschreibung Ihres angeblichen Ungeheuers trifft halbwegs auf jeden zweiten Bettler in dieser Stadt zu. Zweifelsohne hat irgendein Unbehauster mit Rauschebart in Ihrem Park einen Unterschlupf gefunden und nascht an Ihren Brombeeren. Wenden Sie sich doch bitte wegen Hausfriedensbruchs an die Polizei. Inspektor Lestrade wird erfreut sein, sich einer so hochwichtigen Angelegenheit annehmen zu dürfen. Mehr kann ich Ihnen nicht raten. Und dieser Rat ist, was Ihrem Geschmack entgegenkommen dürfte, umsonst. Guten Abend. Holmes erhob sich als Zeichen, dass die Audienz beendet sei. Cothroy schluckte, dann überreichte er Holmes seine Karte. Ich kann verstehen, dass meine Geschichte ganz und gar unglaubwürdig klingt. Aber nachdem ich Dr. Watsons Berichte gelesen hatte, dachte ich, Sollten Sie es sich anders überlegen, ich bin, ich werde Ihnen nichts nachtragen. Verzeihen Sie, schicken Sie mir eine Rechnung für Ihre Bemühungen. Ich werde mich nicht als kleinlich erweisen. Auf Wiedersehen. Nachdem unser Gast gegangen war, versuchte ich, meinen Freund zu maßregeln. Holmes, Sie waren extrem unhöflich. Danke für den Hinweis. Geradezu impertinent. Wenn Sie es sagen. Ein erneuter, diesmal sehr zaghafter Zug an der Hausglocke verhinderte jede weitere Auseinandersetzung. Mrs. Hudson führte einen Jungen mit einem großen braunen Umschlag im Arm herein. Seine Mission war ihm offensichtlich fürchterlich unangenehm. Sind Sie Mr. Sherlock Holmes, Sir? Nein, Gott sei Dank, mein Name ist Dr. Watson. Mr. Holmes ist der reizende Herr dort im Sessel. Holmes schwieg. Den Umgang mit fremden Kindern überließ er für gewöhnlich mir. Was führt dich zu uns? Das hätte vor zwei Tagen bei uns vor der Tür gelegen. Es war ganz nass, obwohl es nicht geregnet hat. Das Ding ist hart wie ein Backstein. Aber außen drauf steht nur Sherlock Holmes, Baker Street, 221 B. Danke, mein Junge. Das ist für dich. Holmes blickte ihm amüsiert hinterher, nahm den Umschlag, den ich ihm reichte, und zog ein dickes, billiges Schreibheft daraus hervor. Die Blätter waren stark aufgequollen und miteinander verklebt. Holmes konnte es nicht mehr aufschlagen. Ich fürchte, da müssen wir ganz neue Mittel und Wege finden, um lesbar zu machen, was gelesen werden soll. Ich werde darüber nachdenken. Er schob das Heft in den Umschlag zurück und legte es auf seinen von Säure zu fressenden Labortisch. Das wird dauern. Zum dritten Mal ertönte die Hausglocke. Kurz darauf brachte Mrs. Hudson die Abendzeitung. Nun konnte ich wohl endlich weiterlesen. Doch ich sollte mich geirrt haben. Schon nach kurzer Lektüre unterbrach mich Holmes wieder. Das dürfte Sie interessieren, Watson. Nämlich? Sie wollten doch die geschmackvolle Ausstellung von Julia Pastranas Überresten und denen Ihres Kindes besichtigen. Wofür ich ausführlich von Ihnen gerückt wurde. Kennen Sie den Grund für die Schließung der Ausstellung? Ein Einbruch, wie ich schon sagte. Gewiss. Aber nicht nur das. Jemand hat versucht, die Mumie zu schänden. Er wollte eine Hand abschneiden, wurde bei seinem sinisteren Ansinnen jedoch gestört und musste unverrichteter Dinge fliehen. Nein. Doch. Sehen Sie selbst. Er hielt mir die Zeitung hin. Aber in diesem Moment erschien Mrs. Hudson schon wieder in der Tür. Wir hatten das vierte Klingeln völlig überhört. Entschuldigen Sie, meine Herren. Eine Mrs. Truela wünscht Sie zu sprechen. Führen Sie sie bitte herein, Mrs. Hudson. Aber nur, wenn Sie uns nicht wegen eines behaarten Ungeheuers in Ihrem Garten konsultieren will. Und wenn Sie mir bitte Ihr Plättereisen leihen könnten, Mrs. Hudson. Aber Mr. Holmes, ich kann Ihnen doch nicht zumuten. Ich fürchte doch, Mrs. Hudson. Es handelt sich aber nicht um Textilien, die zu glätten wären. Also bitte, das Plättereisen. Nur vorübergehend. Natürlich, Mr. Holmes. Gerne, Mr. Holmes. Unsere Klientin war eine hochgewachsene Dame in teurer Trauerkleidung. Unter ihrem Schleier war ihr Gesicht zwar kaum zu erkennen, aber Haltung und Kleidung ließen doch auf eine wohlhabende Frau in den Vierzigern schließen. Unser herzliches Beileid. Wie hat denn Ihr Mann die traurige Nachricht verkraftet? Mr. Holmes! Können Sie hell sehen? Leider nein, Mrs. Truela, obwohl das manchmal ganz nützlich wäre. Ich nehme nur den intensiven süßlichen Duft eines Orient-Tabaks an Ihrer Kleidung wahr. Orient Xanti scheint mir. Eine der besten Tabaksorten überhaupt. Jemand hat vor ganz kurzer Zeit in Ihrer Gegenwart geraucht. Und wer sollte sich diese Freiheit herausnehmen, wenn nicht Ihr Ehemann? Wäre er der Verstorbene, hätte sicherlich kein Gentleman im Gegenwart der trauernden Witwe zur Pfeife gegriffen. Wenn Sie es erklären, klingt es ganz einfach, Mr. Holmes. Ja, ich sitze gerne bei meinem Mann Robert, wenn er Pfeife raucht. Ich mag diesen männlichen Geruch, wissen Sie? Aber um auf Ihre Frage zu antworten, mein Mann hat den Tod meines jüngeren Bruders nur mit Mühe verkraftet. Die beiden mochten sich sehr. Sein Name ist, äh, war Peter Griffith. Wir nannten ihn immer Padrock. Der als echter Waliser seinen Nachnamen sicherlich Gurfut schrieb. Wie sonst, Mr. Holmes, wie sonst. Aber nun ist Padrock tot. Padrock zog es immer schon fort von daheim. Er war unser Reisender. Padrock liebte Ostindien und Indochina. Immer wieder reiste er dorthin und verstand es, das beruflich Nützliche mit seiner Liebe zu Ostasien zu verbinden. Genauer gesagt, seiner Liebe zu einer kleinen asiatischen Frau, die jedoch leider bei einer Überschwemmung in einem Fluss ertrank, obwohl Padrock unter Einsatz seines eigenen Lebens versucht hatte, sie zu retten. Wenig später erkrankte er. Er schrieb ein Fluchlaste auf ihm und er begänne, sich in einen Baum zu verwandeln. Wir verstanden das zunächst nicht und dachten, er meinte das im übertragenen Sinne. Mein Mann beschwor ihn, inständig nach Hause zu kommen, doch Padrock wollte nicht. Er wollte in der Nähe seiner kleinen Min Kai sein, wo immer sie sein mochte. Er war so anhänglich. Dann merkten wir, dass er tatsächlich krank war. Sogar so krank, dass die Korrespondenz von seinem Freund und ärztlichen Betreuer Dr. Alliston Barthorpe übernommen und fortgeführt wurde. Zwei Jahre lang erfuhren wir nur wenig. Dr. Barthorpe schrieb uns, Padrocks Haut würde zunehmend von Warzen überwuchert, die ihn schließlich bewegungsunfähig gemacht hätten. Er könne daher nicht einmal mehr eine Feder halten, um uns zu schreiben. Offenbar hat sich ihr Bruder eine seltene tropische Infektionskrankheit zugezogen. Die Medizin ist da häufig machtlos. Ja, das wurde uns auch klar. Aber plötzlich brachte Dr. Barthorpe meinen Bruder nach Hause. In einem verschlossenen Wagen unter größtmöglicher Geheimhaltung. Was war der Grund für den plötzlichen Sinneswandel? Padrock spürte, dass sein Leben zu Ende ging. Er wollte zu Hause in Wales sterben. Dr. Barthorpe erfüllte seinen Wunsch und blieb bei ihm bis zu seinem Tod. Wir konnten mit niemandem darüber reden, dass Padrock wieder zu Hause war, durften seine Freunde nicht benachrichtigen und nicht in der Öffentlichkeit von ihm sprechen. Als er gestorben war, mussten wir ihn in aller Heimlichkeit beisetzen. Wobei es ihnen sicherlich besonders wichtig war, die englischen Behörden außen vor zu lassen. Obwohl der Thronfolger Kraft seines Amtes stets den Titel eines Prince of Wales führt, mochten die Waliser die Londoner Zentralgewalt nicht. Holmes war das ebenso bekannt wie mir. Die Behörden durften nichts von der Krankheit meines Bruders erfahren. Aber nun fingen die Merkwürdigkeiten erst an. Wir sind gespannt. Dr. Barthorpe war, was Padrock betraf, ein arger Geheimniskrämer. Wir mussten schon im eigenen Interesse Padrocks Anwesenheit in unserem Haus auf das strengste Geheim halten. Seine Krankheit hätte uns womöglich selbst zu Aussätzigen gemacht, wenn man davon erfahren hätte. Womöglich hätten die Behörden Padrock von uns fortgenommen und in einer Anstalt eingesperrt oder in eine Lepra-Kolonie nach Indien oder auf Molokai gebracht, wo gerade dieser Pater Damien an der Krankheit gestorben ist. Diesen Politikern in London ist alles zuzutrauen. Sie unterbrach sich kurz, als wollte sie ihren Zorn hinunterschlucken. Wir selbst hätten uns natürlich in keiner anständigen Gesellschaft mehr blicken lassen dürfen. Das war es jedoch nicht. Uns machte vielmehr stutzig, dass Dr. Barthorpe stets einen geladenen Trommelrevolver mit sich führte. Wenn es möglich war, ging er nur nachts aus und die Medikamente mussten unsere Bediensteten bei verschiedenen Apothekern besorgen. Und immer wieder fragte er unsere Bediensteten, ob ihnen vielleicht Fremde aufgefallen wären, die nicht hierher gehörten. Fast schien es, als litte er unter Verfolgungswahn. Haben Sie nicht mit Ihrem Mann darüber gesprochen? Doch, selbstverständlich. Aber mit einem Trommelrevolver herumzulaufen, das hält er für normal. Er besitzt selbst so ein Mordinstrument. Er hat es sich in Russland gekauft. Smith und Wesson, nur mit kyrillischen Buchstaben geschrieben. Smitha Eversona Orushenaya Fabrica. Sitz in Tula. Genau von dort stammte sie. Männer können in manchen Dingen wie Kinder sein. Aber meinem Mann lag natürlich wie uns allen daran, dass Padrock unentdeckt blieb und in Ruhe und Würde sterben durfte. Wo liegt nun das Problem, Mrs. Truila? Das Problem liegt darin, dass Dr. Barthorpe eines Nachts, kurz vor Padrocks Tod, tatsächlich auf jemanden schoss, den er glaubte, im Garten gesehen zu haben. Was sagte Dr. Barthorpe dazu? Er erklärte, er hätte jemanden durch die Nachtschleichen gesehen und sofort geschossen. Weitere Erläuterungen gab er nicht. Und Ihrem Mann genügte das? Die langen Jahre in der Armee haben meinen Mann hart gemacht. Aber eigentlich bewundere ich gerade das so sehr an ihn. Und wie ging es weiter? Das ist das Merkwürdige. Padrock starb, wir legten ihn in den Sarg, nagelten diesen zu und setzten ihn heimlich bei. Am Abend der Beerdigung verschwand Dr. Barthorpe spurlos. Er hat nicht einmal seine Sachen mitgenommen. Er war einfach mir nichts, dir nichts verschwunden. Das war vor drei Tagen. Er ist bis heute nicht mehr aufgetaucht. Um was für Sachen handelt es sich? Seine Kleider, jede Menge Bücher, meist medizinischer Art, den Lancet, handschriftliche Aufzeichnungen. Wir haben alles in Kisten gepackt und auf den Dachboden geräumt. Schließlich sollte niemand versehentlich darauf stoßen und unangenehme Fragen stellen. Einleuchtend. Aber... Aber? Also, Dr. Barthorpe war außerordentlich penibel. Mein Mann hat ihn ein paar Mal in seinem Zimmer aufgesucht. Dabei fiel ihm auf, dass er seine Bücher alle genau der Größe nach geordnet hatte. Die Buchrücken schlossen exakt mit den Regalbrettern ab. Mein Mann hat einen Blick für so etwas. Nach dem Verschwinden des Doktors standen die Bücher unordentlich im Regal. Nicht mehr der Größe nach sortiert und mal vorne, mal ganz zurückgeschoben. Robert maß dem zwar nicht allzu große Bedeutung bei, bat mich jedoch ausdrücklich, sie darauf hinzuweisen. Womit ich ihm zu außerordentlichem Dank verpflichtet bin, obgleich die Unordnung in der Bibliothek durchaus auf nichts weiter als einen überhasteten Aufbruch hindeuten könnte. Einen Abschiedsbrief hat Dr. Barthorpe nicht hinterlassen. Nicht, dass ich wüsste. Ist ihm der Tod Ihres Bruders persönlich sehr nahe gegangen? Nicht mehr als uns auch. Sein Tod kam nicht überraschend und er nahm ihn gefasst entgegen. Nein, Dr. Barthorpe schien nicht über die Maßen überwältigt. Mein Freund wollte offenbar nachdenken, doch Mrs. Truela sprach weiter. Wir konnten uns schlecht an die Polizei wenden. Man hätte womöglich gefragt, was Dr. Barthorpe bei uns wollte. Und vielleicht wäre dann Padrocks Anwesenheit und seine scheußliche Krankheit ans Licht gekommen. Das aber mussten wir, wie gesagt, vermeiden. Sie möchten also lieber einen beratenden Detektiv hinzuziehen? So ist es. Jemanden, der die Angelegenheit mit Diskretion zu behandeln weiß und nicht gezwungen ist, offiziell einzuschreiten, wenn Unregelmäßigkeiten ans Licht kommen sollten. Es soll auch Ihr Schaden nicht sein, Mr. Holmes. Erwähnte Dr. Barthorpe einen anderen Patienten? Einen mit einer ähnlichen Krankheit? Nicht, dass ich wüsste, Mr. Holmes. Wie gesagt, er war ein ziemlicher Geheimniskrämer. Außerdem pflegte er, mit Padrock auf dem Zimmer zu speisen. Es gab wenig Gelegenheiten, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ach so. Watson, rechnen Sie mir doch bitte den Fahrplan herüber. Wir müssen morgen früh eine kleine Reise nach Cardiff unternehmen. Pardon, Mrs. Truela, nach Cardiff, selbstverständlich. Danke. Wir müssen unbedingt Dr. Barthorpe's Nachlass durchsehen. Erwarten Sie uns bitte morgen im Laufe des Tages, aber zuvor muss ich noch einige Dinge in Erfahrung bringen. Holmes erfragte noch verschiedene Details und schrieb die Adresse von Mr. und Mrs. Truela auf. Soll Billy Ihnen eine Droschke zum Bahnhof holen? Das ist sehr liebenswürdig, Mr. Holmes, aber nicht nötig. Ich werde heute bei meiner Cousine übernachten und erst morgen zurückfahren. Meine Cousine ist hier in London verheiratet. Meinen Mann werde ich telegrafisch von Ihrem Besuch unterrichten. Nachdem wir so verblieben waren, verabschiedete sich unsere neue Klientin. Das Spiel beginnt. Ich werde jetzt versuchen, etwas mehr über Dr. Alaston Barthorpe herauszufinden. Bis später, Watson. Der Bluthund hatte Witterung aufgenommen. Am späten Abend, ich hatte schon gegessen, erschien er reichlich erschöpft wieder in der Baker Street. Selbst ohne Ihres sprichwörtlichen Scharfsehens teilhaftig zu sein, scheint mir offensichtlich, dass Ihr Ausflug nicht von Erfolg gekrönt war. Im Gegenteil, Watson. Aber erst zum Schluss kam unerwartet der Erfolg. Wie so oft nach mühevoller Kleinarbeit. Ich war in der British Library. Einen Dr. Alaston Barthorpe schien es nicht zu geben. Mrs. Truela hatte von einem freund- und ärztlichen Berater gesprochen. Ich ging also wie selbstverständlich davon aus, dass es sich bei Dr. Barthorpe um einen Arzt handeln müsse. Folglich schaute ich zunächst in den Verzeichnissen der praktizierenden Mediziner nach, in den Jahrbüchern der medizinischen Fakultäten und so weiter. Jedoch vergeblich. Wie Sie wissen, sammle ich bereits seit meiner Schulzeit Zeitungsmeldungen über die kleinen und großen Katastrophen des Alltags, die ich in meine Scrapbooks klebe. Ja. Mrs. Hudson's Daily Herald ist in dieser Hinsicht eine wahre Fundgrube, aber das nur am Rande. Ob zwar sie sehr kurz ist und kaum der Erwähnung wert scheint, verdanke ich einer Zeitungsmeldung ausgesprochen viel. Es ist eine Meldung, deren Inhalt meine Gedanken seiner Zeit in eine sehr wesentliche Richtung lenkte. Es war die Meldung über einen verheerenden Brand in einer Werft in Liverpool. Damals wurde ein komplettes Schiff zerstört, das gerade seinen Anstrich erhielt. Den Brand hatte ein Arbeiter verursacht, der eine Zigarettenkippe in eine Pfütze geworfen hatte. Seit wann brennen Pfützen? Ja, das fragte ich mich damals auch. Der Mann wollte seine brennende Zigarette löschen. Manche Menschen treten sie aus, er wollte es wohl besonders gut machen und warf sie in eine Pfütze. Was er nicht bedachte war, dass die Pfütze gar nicht aus Wasser bestand, sondern aus dem Reinigungsmittel Terpentin, das irgendwie ausgelaufen war. Holmes, das denken Sie sich aus. Sein Fehler war es, Pfützen generell mit Wasser zu identifizieren. Und was lehrt uns das? Bartholpe, Watson. Bartholpe. Ganz einfach. Die Sprache führt uns manchmal in die Irre. Wenn wir sagen, wir gingen zum Doktor, meinen wir, wir gehen zum Arzt, weil Ärzte wie Sie, mein Freund, meistens den Titel eines Medical Doctor erworben haben. Dr. Bartholpe braucht jedoch nicht notwendigerweise ein Arzt zu sein. Es gibt ja auch beispielsweise den Grad eines Philosophical Doctor. Nachdem ich mir diese Erkenntnis, wenn gleich reichlich spät, vor Augen geführt hatte, begann ich noch einmal ganz von vorn. Und dieses Mal wurde ich fündig. Ah. Dr. Aliston Bartholpe ist ein Biologe und Chemiker. Seinen Titel hat er an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin in Deutschland erworben. Übrigens bei August Wilhelm von Hoffmann, der bis 1864 auch als Professor am Chemischen Institut der Royal School of Miners hier in London lehrte. Bartholpe hat, aber das nur am Rande, seinen Titel mit einer Arbeit über den Eisengehalt von Hämerythrin erworben. Sie sehen mich leider völlig ahnungslos. Der Blutfarbstoff mancher Ringelwürmer, ebenfalls rot wie unsere Hämoglobin. Ringelwürmer? Ich gitt. Ringelwürmer. Und dankenswerterweise kann man in unserer guten alten British Library die wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Wilhelms-Universität einsehen. Darin fand ich unseren Mann und sogar ein Curriculum Vitae. Seine Mutter war eine Deutsche, eine Frau Margarete Friederike Freien von Schönefelder. Freien? Baroness, wenn ihm das lieber ist. Immerhin scheint Goethes Diktum, dass Blut ein ganz besonderer Saft sei, richtiger denn je. Aber das ist nur ein erster Anhaltspunkt. So, schlafen Sie wohl. Wir haben morgen einen langen Tag vor uns. Gute Nacht. Robert Truila war ein rotgesichtiger, lebenspraller Mensch mit festem Händedruck. Ein Stahlbaron durch und durch. Geschäftstüchtig, laut und effizient. Er unterstützte unsere Nachforschungen nach Kräften und sehr großzügig. Wir durften in seinem Haus wohnen, in dessen Eingangshalle ein Porträt des verstorbenen Peter Griffith hing. Er war ein blonder Mann mit weichen, fast weiblichen Gesichtszügen. Die Ähnlichkeit mit Mrs. Truila war unverkennbar. Meine Frau hat es anfertigen lassen, bevor er für immer ins Ausland ging. Sie hing sehr an Ihrem Bruder. Obwohl auch ich, wir waren mehr als Schwager und Geschäftspartner. Wir waren Freunde. Er war meiner Frau sehr ähnlich. Ich verstehe. Holmes sah sich das Gemälde lange an. Er schien sich jeden Zug des Porträtierten einprägen zu wollen. Holmes und ich konnten in aller Ruhe die wenigen Schriftstücke durchsehen, die Dr. Barthorpe in seinem Zimmer zurückgelassen hatte. Man hatte alles in drei Holzkisten verpackt und sie vor neugierigen Blicken in irgendeinem staubigen Teil des Hauses untergebracht. Ein kräftiger junger Bursche brachte sie auf unser Zimmer. In der einen Kiste befanden sich lediglich alte Kleider. Zunächst unterzog Holmes sie, zum Teil mit der Lupe, einer gründlichen optischen Untersuchung. Dann stülpte er die Taschen- und Hosenumschläge um. Doch ich konnte seiner Miene ansehen, dass ihn das Ergebnis seiner Untersuchung wenig befriedigte. Er kratzte sogar mit dem Taschenmesser ein wenig Schmutz aus den Sohlen der Stiefel. Wir haben wahrscheinlich lediglich Erdkrumen aus dem Garten gefunden. Wahrscheinlich. Mrs. Truila sagte doch, Dr. Barthorpe sei kaum ausgegangen. Aber was halten Sie hier von? Da schau her, Watson. Ich glaube, Sie haben mit sicherem Griff gleich das Wichtigste gefunden. Dr. Barthorpe hat einen Scrapbook geführt. Ganz ähnlich wie ich es tue. Holla! Was haben wir denn da? Sie meinen die ausgeschnittenen Artikel? Genau. Hochinteressant. Gemeinsam gingen wir die gesammelten Zeitungsausschnitte und Artikel aus medizinischen Fachzeitschriften durch. Die meisten handelten von seltsamen Erkrankungen und Todesfällen, die oft jene bizarren Aspekte aufwiesen, die Sherlock Holmes so schätzte. Die Verstorbenen waren mehrheitlich von seltenen Krankheiten dahin gerafft worden, gegen die die Medizin in der damaligen Zeit noch keine Heilmittel kannte und vielleicht in den nächsten 100 Jahren auch keine entwickeln wird. Der erste dokumentierte Fall handelte von dem tragischen Tod des jungen Diplomaten Collister Shea, über den auch die Presse berichtet hatte. Shea hatte sich aus dem aktiven Dienst in Indien zurückziehen müssen, als eine schwere Ichtiosis vulgares bei ihm zum Ausbruch kam. Diese tückische Hautkrankheit führt zu einer starken Verschuppung der Haut, die allmählich das Aussehen einer Schlangenhaut annimmt. Der permanente Juckreiz treibt die Patienten schier zum Wahnsinn. Peinliche Sauberkeit, Schälkuren und penibles Einreiben mit Fettcreme können die Krankheit nur vorübergehend eindämmen und Erleichterung verschaffen. Der weitere Verlauf der Erkrankung führt zum Ertauben und Erblinden und zu allmählicher Skelettdeformation. Dinge, die dem Erkrankten das Leben in der Gesellschaft, vor allem aber jedwede Tätigkeit im diplomatischen Dienst früher oder später unmöglich machen. Collister Shea kam in Begleitung eines ausländischen Arztes aus Indien zurück nach London, weil er sich vom kühleren englischen Klima Linderung seines Leidens versprach. Er starb jedoch kurz nach seiner Rückkehr. Und jetzt kommt das Interessanteste, Watson. Der behandelnde Arzt, dessen Name hier leider nicht erwähnt wird, verschwand nach dem Tod des Patienten spurlos. Holmes, das wird doch nicht unser Dr. Barthorpe gewesen sein? Wir wollen nicht raten, aber falls doch, wäre das schon ein wichtiger Hinweis. Dann wäre das Verschwinden vielleicht eine seltsame Angewohnheit des guten Doktors. Aber hier... Holmes hielt mir einen weiteren Zeitungsartikel hin. Gegen den verschwundenen Arzt war in Abwesenheit Anklage erhoben worden, weil seine Behandlung nicht den gängigen medizinischen Standards entsprochen hatte. Er hatte Collister Shade, der allerdings ohnehin unrettbar verloren war, in seiner Verzweiflung Tierblut injiziert. Ich hatte von dem Fall damals gehört. Das war ein glatter Mordversuch. Menschenblut und Tierblut verträgt sich nicht. Das ist so. Aber leider hat sie niemand zurate gezogen, Watson. Wahrscheinlich erkannte der verantwortungslose Quacksalber, was er angerichtet hatte, und floh ins Ausland. Hier dürften wir sowieso zu spät kommen, um ihn zu fassen. Bedauerlich. Ich hätte ihm gerne einige medizinische Grundbegriffe erläutert. Das nächste Konvolut handelte von Major Palmer Healy, der ebenfalls nach langer Krankheit aus dem Leben geschieden war, allerdings von eigener Hand. Major Healy musste seinen Dienst quittieren, als ihn lepromatöse Lepra befiel, die schwerste Form dieser furchtbaren Krankheit. Sie verändert die Haut, besonders im Gesicht, durch zahllose Knoten und Flecken. So entsteht das sogenannte Löwengesicht. Danach werden Knochen, Muskeln und innere Organe von einem geschwürigen Zerfall zerstört. Normalerweise tritt der Tod nicht durch die Krankheit selbst ein, sondern durch sekundäre Infektionen. Offenbar hat Dr. Barfock Berichte über andere geheimnisvolle Krankheiten gesammelt. Ein sehr systematisch vorgehender Mann. Daher bin ich über sein Verschwinden äußerst beunruhigt. Es passt nicht zu ihm. Ist er tot? Schauen wir erst einmal das hier an. Das muss seine Dissertation sein. Und das ist die Doktorurkunde. Genau wie Sie sagten, aus Deutschland. Und hier, Einfluss von Diäten auf die Zusammensetzung des Blutes. Von Dr. Karl Landsteiner Wien. Der schreibt Ihnen doch gelegentlich. Oho, Sie überwachen meine Korrespondenz, mein Freund. Sie selbst haben mir erlaubt, die Briefmarken meiner Sammlung einzuverleiben, Holmes. Erinnern Sie sich nicht mehr? Doch, doch. Echauffieren Sie sich nicht. Es war nicht so gemeint. Was noch? Wir sahen weitere private Papiere und Urkunden durch. Ich finde keinen Hinweis, dass Dr. Barthorpe einen weiteren Wohnsitz besessen hätte. Weder hier noch im Ausland. Er scheint alles aufgegeben zu haben, um Mr. Grufford zu betreuen. Er hat lediglich in Stichworten eine Art Tagebuch über den Gesundheitszustand seines Patienten geführt. Hier, in diesem Schreibheft. Blutdruck, Temperatur, Stuhl, ärztliche Maßnahmen. Jeden Tag eine Notiz, aber nichts, was einen Hinweis auf den Grund für sein Verschwinden geben würde. Er war ein hervorragender Zeichner. Hier. Ich gab Holmes das Heft, damit auch er die Zeichnungen ansehen konnte. Sie zeigten den Verstorbenen und wirkten sehr lebensecht. Barthorpe hatte die Veränderungen durch die Krankheit penibel festgehalten. Nehmen Sie das Heft mit. Ich schob es in die Jackentasche. Vielleicht sagt uns das Grab noch mehr. Wir sollten den Leichnam einmal inspizieren. Holmes, es geht nicht anders, Watson. Unser Gastgeber trug seine Frau, die inzwischen wieder zu Hause eingetroffen war, förmlich auf Händen. Und Mrs. Truila schaute begeistert und voller Leidenschaft zu ihrem Mann auf, obwohl schon 20 Ehejahre hinter den beiden lagen. Fast erfüllte mich ihre offensichtliche Zuneigung mit ein wenig Neid. Gemeinsam begaben wir uns zum Grab des unglücklichen Bruders und Schwagers. Es befand sich auf dem riesigen Grundstück der Familie und lag inmitten eines kleinen, rechteckigen Zypressenhains. Nachdem wir durch eine schmale Lücke in der grünen Wand eingetreten waren, erblickte ich zu meiner Überraschung mehrere eingesunkene Gräber. Eine einfache Holztafel war dem Toten zu Häupten errichtet worden. Darauf stand ein walisischer Spruch, den ich nicht verstand. Reich ist, wer ohne Schulden, glücklich, wer ohne Krankheit, übersetzte Mr. Truila, als er meinen fragenden Blick bemerkte. Hat sich an dem Grab jemand zu schaffen gemacht? Wie kommen Sie denn darauf, Mr. Holmes? Das ist unmöglich. Ich habe Sie und Ihre liebe Frau Gemahlin in den wenigen Stunden, die wir bisher Ihre Gastfreundschaft genießen durften, als sehr sorgfältige Menschen kennengelernt. Sicherlich mussten Sie bei der Beerdigung Ihres Schwagers mit einiger Eile zu Werke gehen. Aber ich bin überzeugt, dass Sie die Zeremonie trotzdem mit Würde durchgeführt haben. War ein geistlicher Anwesen? Selbstverständlich. Einer, dessen Diskretion wir sicher sein können. Und als Totengräber fungierten einige kräftige männliche Bedienstete, auf deren Verschwiegenheit sie sich ebenfalls verlassen können. Unser Butler Harris und der Kutscher Dick. Sie stehen seit Jahrzehnten in unseren Diensten und arbeiten sauber und zuverlässig. Außerdem konnten wir mehr Zeugen nicht verantworten. Sehen Sie, und deswegen verwundert es mich, dass hier Männer mit Erdklumpen an den Stiefeln durch das Gras gegangen sind. Hier. Und hier ist es deutlich zu sehen. Und verwunderlich ist auch, dass keine Blumen auf dem Grab liegen. Sie haben recht, Mr. Holmes. Meine Frau hat einen dicken Strauß weißer Lilien auf das Grab gelegt, als letzten Gruß. Der ist in der Tat verschwunden. Ach was? Nicht ganz. Holmes bückte sich und zog mit spitzen Fingern ein weißes Blütenblatt aus der frischen Erde. Lilien. Wie Sie sagten. Jemand muss sie untergewühlt haben. Hier ist noch ein Blatt. Und dort ein ganzer Stängel. Ja, da soll mich doch der... Wäre es möglich, das Grab noch einmal zu öffnen? Padrock exhumieren? Das würde meine Frau niemals zulassen. Und ich muss zugeben, auch mir ist diese Vorstellung äußerst unangenehm. Die Störung der Totenruhe ist in meinen Augen eines der schlimmsten Verbrechen. Und warum wollen Sie das überhaupt tun? Ich will den Hörer nicht mit den Verhandlungen langweilen, die mein Freund mit Mr. Truhella führte, bis dieser letztendlich doch noch in sein Vorhaben einwilligte. Um Mrs. Truhella nicht in unnötige Aufregung zu versetzen, teilte Holmes ihr nicht mit, was er plante, sondern setzte sie von seinem angeblichen Scheitern in Kenntnis. Trotz ihrer offensichtlich großen Enttäuschung verabschiedete Mrs. Truhella uns mit großer Höflichkeit, ja, Herzlichkeit. Ihr Mann brachte uns selbst zum nächsten Bahnhof, wo wir allerdings mitnichten den Zug bestiegen. Vielmehr warteten wir bei Braten und Ale in einem Inn in der Nähe des Bahnhofs, bis uns der Kutscher Dick, den wir schon kannten, wieder abholte und bei Einbruch der Dunkelheit zu dem kleinen Heldenfriedhof begleitete, wo Truhella uns mit Butler Harris bereits erwartete. Beide trugen Jagdkleidung, Spaten, Spitzhacke und weitere Werkzeuge. Einige kräftige Stricke lagen auf einem Bretterboden bereit, auf den der Erdaushub geschippt werden sollte. Harris und Dick machten sich sofort ans Werk und Mr. Truhella selbst ließ es sich nicht nehmen, mit anzupacken. Ich selber beschränkte mich darauf, mit der Laterne dorthin zu leuchten, wo die Strahlen des Vollmondes nicht ausreichend Licht gaben. Es war eine unheimliche Szenerie und wenn jetzt noch Raben gekrächzt oder Kreuzchen gerufen hätten, hätte man sich in einen Schauerroman versetzt gefühlt, zum Beispiel in meinen geliebten Dracula. Dann war der Sarg freigelegt. Dick sprang ins Grab und befestigte die Stricke. Mit vereinten Kräften beförderten wir den Sarg nach oben und verharrten einen Moment. Mögen Padrock und der Herr uns verzeihen. Amen, beschlossen wir alle, einschließlich meines Freundes seine Bitte. Dann hob Holmes das Brecheisen, um es Mr. Truhella zu reichen. Als dieser abwinkte, setzte Holmes das Instrument selbst. Ich habe schon mehrfach berichtet, dass mein Freund über außerordentliche Kräfte verfügte, die man seiner hageren Gestalt auf den ersten Blick überhaupt nicht zutrauen würde. Holmes stemmte sich mit einem kurzen Ruck auf das Brecheisen. Sofort hob sich mit lautem Krachen der Sargdeckel ein Stück. Holmes wiederholte den Vorgang auf der anderen Seite des Sarges und schon konnten wir vorsichtig den Deckel abnehmen. Aus dem geöffneten Totenbehältnis stieg ein Schwall fauliger Luft empor, der uns förmlich den Atem nahm. Mr. Truhella blickte als erster hinein. Nein, das ist unmöglich. Der Schein meiner Laterne fiel nicht auf einen von Krankheit entstellten Toten, sondern auf einen vollbärtigen Mann von vielleicht 70 Jahren in einem Anzug. Seine Zunge hing aus dem Mund, seine Augen waren aus den Höhlen gequollen. Barthorpe! Wo ist es mal? Das ist Dr. Barthorpe! Ich leuchtete tiefer in den Sarg hinein. Da lag niemand sonst. Holmes, Sie sind ein Genie. Aber wo ist Petrock? Das müssen wir herausfinden. Die Abwesenheit seiner sterblichen Überreste überrascht mich selbst. So viel scheint mir bis jetzt klar. Dr. Barthorpes Versuch, ihren Schwager zu schützen, war vergeblich. Ich fürchte, jemand hat den Leichnam geraubt. Möglicherweise sah Dr. Barthorpe den Grabräuber, oder kannte ihn, und wurde als lästiger Zeuge beseitigt. Und da Sie die Beisetzung ohnehin unter konspirativen Bedingungen vornehmen mussten, konnte der Grabräuber Dr. Barthorpe bequem töten und in den Sarg legen. Aber wer tut so etwas? Auch das werden wir herausfinden. Allerdings fürchte ich, Sie werden um ein offenes Wort mit Ihrer Gattin nicht herumkommen. Dr. Barthorpe starb ganz offenkundig keines natürlichen Todes. Ich brauche Ihnen sicherlich nicht zu erklären, dass ein Mord ein Offizialdelikt ist. Sie müssen ihn der Polizei melden. Bedenken Sie, Dr. Barthorpe hat vielleicht Angehörige, die über sein Schicksal im Unklaren zu lassen, nicht rechtens wäre. Nein, nein, ja, Sie haben recht, Mr. Holmes. Ich werde sofort mit meiner Frau sprechen. Das Problem ist, dass Sie möglicherweise selbst in Tatverdacht geraten. Wenn dies geschehen sollte, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an mich. Mr. Truela erbleichte. Daran hatte er offenbar gar nicht gedacht. Wir erfuhren nicht, was Mr. Truela und seine Frau besprachen, denn wir reisten umgehend nach London zurück. Hier konnten wir nichts mehr herausfinden. Aber ist Ihnen aufgefallen, wie oft wir es in letzter Zeit mit seltenen tropischen Krankheiten unter mysteriösen Umständen zu tun bekommen? Erst Collester Shea, dann Major Palmer Healy und nun Pedro Groffut. Das kann doch kein Zufall sein. Nein, Watson. Das kann kein Zufall sein. Und die drei werden auch nicht die letzten Toten dieser Art sein, fürchte ich. Er versank in grüblerisches Schweigen und schaute während der gesamten Rückfahrt in Gedankenversunken nur noch aus dem Fenster. Am Tag nach unserer Rückkehr sah ich Holmes kaum länger als ein paar Minuten. Wie immer, wenn ich ihn nicht begleiten durfte, ließ er mich über seine Absichten und Ziele im Unklaren. So beschloss ich enttäuscht, trotz des nebligen, ungesunden Wetters vor dem Schlafengehen noch einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Ich ging durch die Straßen, scheinbar der Welt entrückt. Niemand war unterwegs. Verschwunden schienen die Gartenzäune, versunken die Bäume, in der grauen Gischt ertrunken die Häuser. Eine modrige Feuchtigkeit legte sich auf die Kleider. Die schrägen, hohen Säulen des Portikus der Nationalgalerie, an denen ich vorbeikam, zeichneten sich schwach ab wie verfaulte Baumstämme, die in trübem, schlammigem Wasser versunken waren. Man konnte auch hier nur ein paar Yard weit sehen und hörte manchmal ganz nahe Schritte. Doch der Mensch selbst blieb unsichtbar oder huschte als kaum wahrnehmbarer Schatten vorbei. Dann wieder fuhr ein Wagen daher, der aussah wie ein Ungeheuer von einer Krabbe, die mitten durch eine unergründliche Tiefe schwimmt und verschwand. Man konnte nicht sagen, wohin. Ich ging langsamer, um mich in dieser Wüste nahe nicht zu verlaufen. Täuschte ich mich? Spielten mir meine überreizten Sinne einen Streich? Folgte mir jemand? Ich blieb stehen und schaute mich meinen Stock fester packend um. Augenblicklich trat Stille ein. Unsinn, sagte ich mir. Die Häuser werfen den Klang deiner Schritte zurück. Niemand ist hinter dir. Als ich weiterging, war das Gefühl, verfolgt zu werden, sofort wieder da. Ich hielt den Atem, fasst das Herz an. Sprang da nicht eine Gestalt aus dem Licht der Gaslaterne blitzschnell zur Seite in den Schutz eines dunklen Hauseinganges? Nichts und niemand war zu sehen. Oder doch? Ein kaum wahrnehmbares Kratzendrang an mein Ohr. Irgendwo raschelten Blätter. Sicher der Efeu an einer Hauswand, bewegt von einem zufälligen Lufthauch, den ich nicht gespürt hatte. Mehr war da nicht. Ich beschloss, nach Hause zurückzukehren. Ich stand schon unter der Haustür. Da legte mir jemand die Hand auf die Schulter. Und eine männliche Stimme mit ausländischem Akzent flüsterte mir sehr nachdrücklich zu. Drehen Sie sich auf keinen Fall um. Selbst wenn ich dies gewollt hätte, wäre ich doch so erschrocken gewesen, dass ich nicht dazu imstande gewesen wäre. Senior Holmes? Ich schüttelte verneinend den Kopf. Dr. Watson! Nicht umdrehen um alles in der Welt. Ich kann sonst für nichts garantieren. Ich habe lange auf so einen neblingen Tag gewartet, Doktor. Ich darf nicht gesehen werden. Die Folgen wären kaum außerzudenken. Ich bin der Bote einer jungen Dame, die ihre Hilfe braucht. Genauer gesagt, die Hilfe von Senior Holmes. Die junge Dame hat alle ihre Bücher gelesen, Doktor Watson. Und sie ist überzeugt, dass nur Senior Holmes ihr helfen kann. Ich wollte mich umdrehen, aber die Hand auf meiner Schulter packte wieder fest dazu. Der Mann trug trotz der sommerlichen Temperaturen Pelzhandschuhe oder einen Pelzmantel. Borstige Haare streiften mein Ohr. Bleibe Sie ganz ruhig, Doktor. Die junge Dame ist in Not, nickte in Lebensgefahr. Jedenfalls nickte direkt. Sie hatte mir einen Brief für Senior Holmes mitgegeben. Seit Tagen bin ich mehrmals auf der Suche nach ihnen gewesen. Und immer wieder musste ich mich heimlich davonstehlen, damit meine Anwesenheit nicht bemerkt wurde. Vor ein paar Tagen, bei der Suche nach ihrem Haus, wurde ich entdeckt und war gezwungen zu fliehen. Ich musste sogar in Wasser springen, um meiner Verfolger zu entkommen. Man potzt tausend. Dabei verdarbt vermutlich der Inhalt des Briefes. Ich weiß es nicht. Ich schrieb deshalb in aller Eile die Bitte darauf, man möge es so schnell und so unauffällig wie möglich zu ihnen in die Bacar Street 200 B in Tudor B bringen. Aber ich legte ihn vor die Tür eines vornehmen Auses ab, läutete und versteckte mich neben der Eingang im Gebusch. Das Haus muss ihr ganz in der Nähe gewesen sein. Man läufte nicht lange von hier aus bis dorthin. Meine Auftraggeberin schickte mich noch einmal hierher, als sie von dem Verlust des Briefes erfuhr. Ich soll sie bitten. Hinter uns fuhr eine schwere Motorkutsche, ratternd die Straße entlang. Ihr Motorenlärm wurde immer lauter. Die Hand auf meiner Schulter lockerte ihren Griff. Offenbar wurde der Mann hinter mir nervös. Wer sind Sie? fragte ich und drehte mich im selben Moment doch um. Was ich da, schwach beleuchtet von dem aus Mrs. Hatzons Wohnzimmer fallenden Licht erblickte, schien direkt meinem Dracula-Roman entsprungen zu sein. Ich sah ein Gesicht, wie ich es, außer auf dem Werbezettel für die Ausstellung Julia Pastranas noch nie im Leben gesehen hatte, und auch nie mehr zu sehen hoffe. Stirn, Wangen, Nase und Kinn waren wie bei einem Tier mit einem dichten schwarzen Haarkleid überzogen. Die Augenbrauen hoben sich als dickere Büschel langer, borstiger Haare ab. Die Lippen waren aufgeworfen und gaben den Blick auf zwei Reihen überlanger Wolfszähne frei. Kein Zweifel, das war ein Wehrwolf. Einer jener Menschen, die sich durch bestimmte magische Verrichtungen oder durch die Zauberkraft eines auf ihnen lastenden Fluches in ein Tier verwandeln können. Gegen sie helfen bekanntlich nur silberne Kugeln, aber ich hatte lediglich Bleigeschosse in meinem alten Armeerevolver und der lag dick, eingeölt und gut verschlossen im Schreibtisch oben in unserem Wohnzimmer. Zusammen mit dem langen, wirren Haupthaar, das auf die Schultern des Wesens fiel und den zerrissenen Kleidern, aus deren Löchern an Brust und Armen überall der dichte schwarze Pelz hervorsah, hätte das Gebiss den Eindruck urwüchsiger Wildheit, ja Gefährlichkeit hervorgerufen, wären da nicht diese Augen gewesen. Es waren zwei menschliche Augen und aus denen sprach die schiere Angst. Das Wesen schien erschrockener als ich darüber, dass ich mich doch umgedreht hatte. Caramba, sei Idiot! Ich sagte Ihnen doch! Dann drehte es sich um, weil sich Schritte näherten, stieß mich zurück und rannte davon. Beim Versuch, das Gleichgewicht wieder zu erlangen, stolperte ich rückwärts über den niedrigen Zaun unseres Vorgartens und stieß mir irgendwo den Kopf an. Im Fallen sah ich noch, dass der Wehrwolf keine Schuhe trug. Aus den Beinen der ehemals weißen und viel zu kurzen Hose sahen schwarze Füße hervor, die Pfoten glichen. Zu Hilfe! wollte ich brüllen, doch mir versagte die Stimme. Dann wurde mir schwarz vor Augen. Wie lange mich die Ohnmacht umfing, bis mich Holmes' Stimme ins Leben zurückrief, konnte ich nicht sagen. Seine Worte drangen wie durch Watte an mein Ohr. Holmes, der Lykantrop! Jetzt fangen Sie auch schon an. Aber der Wehrwolf... Ist ja gut, mein Lieber. Wenn Sie nach Alkohol riechen würden, würde ich sagen, Sie hätten einen über den Durst getrunken. Da dies jedoch nicht der Fall ist, glaube ich einfach, dass Ihnen Ihre Nerven einen üblen Streich gespielt haben. Zu viel Vampirlektüre. Und dann der Nebel, nespa? Weil ich mich noch gar zu benommen fühlte, ließ ich mich ohne Widerstand unterhaken und in die Wohnung hinaufführen, wo Holmes mir einen doppelten Malt Whisky eingoss. Ich folgte seiner Aufforderung. so gut ich es vermochte, aber Holmes tat meine Geschichte als Wahnvorstellung ab. Ich begann schon selber an meinem Verstand zu zweifeln. Erst als ich die Worte des Wehrwolfs möglichst detailliert wiederzugeben versuchte und berichtete, dass der Wehrwolf unsere Hausnummer in einer fremden Sprache aufgesagt hatte, begann mein Freund mir Glauben zu schenken. Schade, dass ich nicht persönlich bei Ihrem Gespräch mit dem Wesen anwesend war, aber ich vertraue auf Ihr phonetisches Gedächtnis. Wiederholen Sie noch einmal, wie er die Zahl aussprach. Doscientos beintiuno, glaube ich. Nicht duicento? Nein, nein, ganz bestimmt nicht duicento. Es war kein Italienisch. Also Spanisch. Wiederholen Sie noch einmal. Doscientos beintiuno. Was ist denn daran so wichtig? Nicht doscientos? Doscientos? Doscientos. Mit S. Nicht wie die Portugiesen, bei denen es überall am Wortende zischt. Doscientos. Und wenn Sie mich steinigen. Das wird heute Abend sicherlich nicht nötig sein. Noch einmal den letzten Teil, bitte. Beintiuno. Mit B. Nicht veintiuno. Also hören Sie, Holmes, warum ist das so wichtig? An der Art der Aussprache erkenne ich, dass wir es hier offensichtlich mit einem lateinamerikanischen Wehrwolf zu tun haben. Jetzt wollen Sie mich aber auf den Arm nehmen, Holmes, nicht wahr? Nicht, lege mir ferner. Es ist aber eine Tatsache, dass Spanier das C, dem ein E oder I folgt, behaucht aussprechen. Wie Ihre geliebten Griechen, das Wort Falata. Lateinamerikaner tun das in der Regel nicht. Und aus veinte wird oft beinte. Ein typischer Fall von divergierendem Spanisch. So wie es auch divergierendes Englisch gibt. Sprechen Sie mal Englisch in Amerika. Sinnlos. Ach, so wie Sie es sagen, klingt es ganz einfach. Grundstufe der Phonetik, Watson. Grundstufe. Fragen Sie einmal Professor Henry Higgins, die absolute Koryphäer auf seinem Gebiet. Ja, ich erinnere mich an ihn. Ein eingebildeter Mensch. Wie auch immer. Aber ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Und das wäre? Zunächst muss ich dem Apotheker Mr. Colthroy einen Brief schreiben und mich entschuldigen. Ansonsten werde ich mich Routineaufgaben widmen, lieber Watson. Langweiligen Routineaufgaben. Holmes, ich glaube, ich weiß, was Sie tun müssen. Mexiko. Der Briefumschlag aus Dr. Barthops Hinterlassenschaften stammte von dort. Julia Pastrana, die entstellte Frau aus dem Panoptikum, stammte von dort. Und nun spricht ein Werwolf lateinamerikanisches Spanisch. Wenn das kein Zufall ist. Nein, Watson. Das kann kein Zufall sein. Ich denke, ich sollte das schöne Land Mexiko einmal ins Visier nehmen. Er sprach es nicht englisch aus, sondern spanisch. Mehr war jedoch aus ihm nicht herauszuholen. Er schrieb eine Weile einen Brief, steckte ihn in ein Kuvert, adressierte ihn, klebte eine Briefmarke darauf, steckte ihn ein und verließ wie immer wortlos die Wohnung, ohne mich über sein Ziel zu informieren. Nun, das war ich gewohnt. Wenn Holmes die Zeit für Reif erachtet, dachte ich, wird er mich schon rechtzeitig einweihen. Ich wollte gleich zu Bett gehen, doch dann wurde ich zu einer Gebärenden gerufen, deren Kind, eine Steißlage, ich nach Stunden nur mit Mühe retten konnte. Als ich mich endlich ins Bett fallen lassen konnte, schlief ich sofort ein und erwachte erst am frühen Vormittag wieder. Holmes war bereits unterwegs, als ich gähnend aufstand, und ich wollte gleich nach dem Frühstück noch einmal nach Mutter und Kind schauen. Am Nachmittag fand ich mich wieder in unserem Wohnzimmer ein. Ich hatte in der Stadt gegessen. Holmes war immer noch nicht da. Erst in der Nacht erschien er wieder. Aber mein Gott, in welchem Zustand? Ich war gerade dabei, die Lichter zu löschen, um ins Bett zu gehen, als mein Freund ins Wohnzimmer gewankt kam, ein Wasserglas Whisky hinunterstürzte und sich mit zusammengebissenen Zähnenmantel und Jacke vom Leib riss. Aber, Holmes! Wohin würden Sie jemanden mit einer Eisenstange schlagen, Watson, wenn Sie ihn ganz sicher umbringen wollten? Wenn ich nicht wüsste, dass Sie politischen Demonstrationen grundsätzlich fernbleiben, würde ich sagen, dass Sie unter den Gummiknüppel eines höchst übellaunigen Polizisten geraten sind. Wenn es nur ein Polizist gewesen wäre! Au! Beim Ausziehen des Hemdes riss der Schauf wieder auf. Frisches, rotes Blut rief in schmalen Rinnsalen über die Landschaft aus Beulen, Rissen und Blutergüssen. Holmes legte sich mit entblößtem Oberkörper auf unser Sofa und ich kniete mich davor, um seinen malträtierten Rücken zu verarzten. Ich betupfte erst einmal alles mit Eiswasser. Dann holte ich das Jod aus meiner zugegebenermaßen etwas unordentlichen Arzttasche und machte mich ans Verbinden. Und wie geht es Mutter und Kind? Keine Wunde konnte so tief, kein Schmerz so bohrend sein, dass Sherlock Holmes die Gelegenheit auslassen würde, seinen alten Hausgenossen mit einer unerwarteten Frage zu verblüffen. Woher in aller Welt wissen Sie, dass ich mich als Geburtshelfer betätigt habe? Weil Sie als erstes ein Spekulum und Ihre Geburtszange aus Ihrer Arzttasche nahmen, bevor Sie das Jod herausholten. Normalerweise liegen die gynäkologischen Instrumente bei Ihnen ganz unten. Aus der Tatsache, dass Sie oben auflagen, schließe ich, dass Sie auch benutzt wurden. Bei einer Geburt, wo auch sonst. Eine andere Anwendung dafür gibt es nicht. So einfach ist das. Also wirklich. Aber dank der Nachfrage. Mutter und Kind sind wohl auf, wenn gleich etwas geschwächt. Um jedoch auf Ihre Frage von vorhin einzugehen, ist vom medizinischen Standpunkt aus der einfachste Weg folgender. Ich würde mein Opfer mit aller Wucht mitten auf das Kranium schlagen, da, wo der Knochen ganz dünn ist. Ich bin bestimmt nicht mehr der Jüngste, aber ich bin sicher, wenn ich weit genug ausholen könnte. Ich deutete mit der Rechten an, was ich meinte. Zack. Holmes brummte, sagte aber nichts, weil er die Zähne zusammenbiss. Dann legte ich ihm einen festen Verband um Brust und Rücken. Geht es so? Holmes nickte und setzte sich vorsichtig auf die Vorderkante seines Lehnstuhls, angelte sich ein Kissen, das er sich ins Kreuz schob und lehnte sich mit einem leichten Ächzen zurück. Nun? Nun was? Nun, was Ihnen zugestoßen ist, möchte ich wissen. Ich meine, falls die Frage nicht so indiskret ist. Sie kommen hier herein, den Rücken übersät mit Wunden, die so dicht rechts und links der Wirbelsäune liegen, dass selbst Lestrade sofort fragen würde, wer versucht hat, sie umzubringen. Ich weiß nur, dass es offenbar kein Polizeiknüppel war. Und was soll die Frage, wie man am besten jemanden totschlägt? Ich wollte mich eben vergewissern, ob das Totschlagen mit einer Eisenstange wirklich so umständlich vonstatten gehen muss, wie in diesem meinem Fall, oder ob es nicht auch rascher, präziser geht. Es geht präziser, wie Sie mir freundlicherweise aus ärztlicher Sicht bestätigt haben. Aber behalten Sie Ihr Wissen besser für sich, bis die Burschen gefasst sind, die mich so zugerichtet haben. Sonst wissen Sie am Ende das nächste Mal besser Bescheid. In der nächsten Viertelstunde erfuhr ich endlich, was geschehen war. Mein Freund hatte sich ein wenig in der Hafengegend umgesehen. Vor allem hatte ihn interessiert, was in letzter Zeit so alles aus Spanisch-Amerika herübergekommen war. Natürlich war er zweckdienlich verkleidet gewesen und hatte einen kurzen Picoat angehabt, wie ihn viele britische Seeleute tragen. Schon auf dem Weg bemerkte ich, dass ich verfolgt wurde. Es waren zwei Männer, offenbar geübt im Beschatten. Wäre ich nicht vom Fach, sie wären mir nicht aufgefallen. In einer dunklen Ecke warteten sie dann auf mich. Einer wuchtete mir die Faust in den Magen, sodass ich zusammenknickte. Im nächsten Augenblick hielt ich einen fürchterlichen Schlag in den Rücken und wurde nach vorn geworfen. Holmes trank noch einen Schluck. Ich sah einen wuchtig geführten Schlag mit einer langen Stange auf mich zukommen, tauchte darunter hindurch und hörte einen Mann aufschreien. Offenbar hatte mein Angreifer seinen Komplizen getroffen. Ich konnte in der Dunkelheit kaum etwas erkennen und außerdem sah ich, ob sie es glauben oder nicht, vor Schmerzen lauter kleine Sternchen vor meinen Augen auf- und abtanzen. Halb blind parierte ich noch zwei, drei Angriffe. Der Mann war ein geübter Stockfechter und enorm stark. Außerdem stank er fürchterlich nach Tabak. Es muss sich um einen starken Raucher handeln, russische Papirossi übrigens. Der Geruch war eindeutig. Wie auch immer, ich warf die Arme schützend um den Kopf und wich zurück. Zwei fürchterliche Schläge trafen meine Rippen, einer links, einer rechts. Einmal konnte ich mich noch bücken, denn ich ahnte, dass nun der seitliche Hieb auf meinen Kopf folgen würde. Und richtig, ich hörte das Pfeifen des Stockes und spürte den Luftzug in den Haaren. Ein Stoß vor die Brust warf mich zurück. Ich fiel in einen Haufen Kisten und anderen Abfall, der da aufgestapelt war. Ich hatte keine Wahl mehr. Ich musste die Spielregeln durchbrechen. Schnell riss ich meinen Entenfuß aus der Tasche und schoss irgendwo hin, wo ich den Kerl vermutete. Dann wurde ich für einen Moment ohnmächtig. Während er erzählte, holte er eine merkwürdig geformte Pistole aus seinem Peacoat, den er vorhin einfach über den Sessel geworfen hatte, und legte sie vorsichtig auf den Tisch. Nicht wahr? Die Trillerpfeife eines Constable, ganz in der Nähe, riss mich aus meiner Ohnmacht. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass die beiden Angreifer geflohen waren, rappelte ich mich auf und rannte davon. Mit letzter Kraft erreichte ich die Baker Street. Holmes schien fast stolz auf seine Tat zu sein. Es wäre den beiden ein leichtes gewesen, mir in der dunklen Gegend den Schädel einzuschlagen. Ohne Vorwarnung. Einfach so. Vielleicht sollte es eine Warnung sein. Dann hätten sie mich wahrscheinlich in diesem Sinne angesprochen. Und dann hätten sie mich möglicherweise mit bloßen Fäusten, allenfalls mit einem Knüppel oder einer Peitsche, aber nicht mit einer schweren Eisenstange zusammengeschlagen. Vielleicht sollten ihre Gesichtszüge gut erkennbar bleiben. Dann hätte man mich nur zu erstechen brauchen, Watson. Auch wieder wahr. Aus ärztlicher Sicht sollten sie schlafen gehen. Heute können wir nichts mehr tun. Morgen sehen wir weiter. Ich zog aus meiner Arzttasche das Fläschchen mit dem leichten Schlafmittel hervor und reichte es meinem Freund. Zwanzig Tropfen, kurz vor dem Einschlafen. Wie immer. Morgen begeben wir uns auf die Suche nach den Kopfjägern. Holmes lächelte spöttisch. Ich konnte nicht anders als ebenfalls zu lächeln. Holmes war unverwüstlich. Am nächsten Morgen, noch vor dem Frühstück, sah ich mir Holmes Blessuren an. Die Wunden machten einen guten Eindruck. Keine war infiziert, aber sein hagerer, seniger Körper war überzogen von Schauf und Hämatomen. Er würde noch eine Weile bei jeder Bewegung Schmerzen haben. So wandte sich mein Freund dem Heft zu, das immer noch auf dem Labortisch seiner Behandlung harrte. Fortwährend kochte er Wascher, um Dampf zu erzeugen. Damit versuchte er vorsichtig, das oberste Blatt aus dem Block herauszulösen. Doch es gelang ihm nicht wirklich. Immer wieder drohte das Papier vom Rand her einzureißen. Die glühende Kohle, mit der Mrs. Hatsons Plätteisen gefüllt wurde, musste immer erst abkühlen, damit die Hitze das Papier nicht beschädigte. Es war ein mühsamer Prozess. Und gegen Abend hatte Holmes lediglich zwei Blätter herausgelöst, trocken gebügelt und zwischen Glasplatten gelegt. Ich zerstöre mehr, als ich gewinne. Ich muss mir etwas anderes ausdenken. Aber wir sollten unserer verehrten Vermieterin doch einmal eines dieser modernen Bügeleisen schenken, die man nur mit heißem Wasser statt mit Holzkohle befüllt. So ein Monstrum kann nur jemand erfinden, der noch nie im Leben gebügelt hat und es auch niemals wird tun müssen. Das Gerät ist mit Füllung mindestens drei Kilo schwer. Ich ziehe meinen Hut vor all den Hausmädchen, die damit umgehen können, ohne die Wäsche zu verderben. Sie werden doch auf Ihre alten Tage nicht noch zum Anhänger der Suffragetten avancieren. Ich will nur über mir keinen Herrn sehen und unter mir keinen Knecht. Und die Benutzung dieses Bügeleisens ist zur Technik geronnener Ausdruck von Knechtschaft. Sie können es gerne einmal probieren, falls Ihnen Ihre Lektüre Zeit dazu lässt. Öffnen Sie lieber das Fenster. Ihr Pfeifenrauch und das Kohlenmonoxid von der Kohle aus dem Bügeleisen haben allen Sauerstoff verbraucht. Sie haben recht, mein Freund. Holmes, offenbar versöhnlich gestimmt, öffnete das Fenster und arbeitete weiter. Ich griff wieder zu Dracula, kam aber nicht recht voran. Holmes rauchte Pfeife auf Pfeife, holte Bücher, blätterte darin herum und ließ ihn neben seinen Sitzplatz poltern. Dabei ächzte er vor Schmerzen, grunzte ärgerlich oder gab Laute der Verwunderung von sich. Ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Da ich noch einige Dinge in der Stadt zu erledigen hatte, verabschiedete ich mich. Holmes brummte einen Gruß, ließ sich aber nicht unterbrechen. Als ich nach Hause zurückkehrte, war Holmes nicht mehr da. Ein flüchtiger Blick auf seinen Labortisch ließ mich das geheimnisvolle zusammengebackene Heft vermissen. Neben meinem hohen Stapel Glasplatten lagen die beiden fertig aus dem Heft extrahierten Blätter. Sie steckten in jeweils zwei Glasplatten, die von zwei kräftigen Gummibändern zusammengehalten wurden. Donnerwetter, dachte ich, denn was ich auf dem einen Blatt in verflossener Schrift las, schien mir der Ausschnitt aus einem jener Bücher, wie sie manche Gentlemen in den Tiefen ihres Schreibtisches oder Bücherschranks aufbewahren und nur hervorholen, wenn sie ganz gewiss sind, allein im Haus zu sein. Es war eine Art Nachtstück, das mich fast erröten ließ. Das war ja der reinste hetären Roman. Mir war peinlich, so etwas gelesen zu haben. Das Beste war, so zu tun, als hätte ich nichts bemerkt. Ich war gerade mit der Lektüre fertig, da brachte ein Bote ein Telegramm für Holmes. Ich riss es auf. Die Absenderin war Mrs. Truilla. Mein Mann wurde unter Mordverdacht festgenommen. Er bitte umgehend Ihre Hilfe, Mrs. Robert Truilla. Auch das noch, dachte ich. Wie sollte Holmes das alles schaffen? Als er wiederkam, war er guter Stimmung. Gibt es etwas Neues? Ich sage nur, stille Kühlung. Ich kenne nicht einmal laute Kühlung. Gut gegeben. Eine Erfindung aus dem Reich, wie ich vermutlich zu Ihrem Bedauern sagen muss, sie wackerer Patriot. Der deutsche Karl von Linde hat eine Kühl- bzw. Gefriermaschine auf Ammoniakbasis erfunden. Ohne sie würde das ganze schöne Fleisch, das aus Amerika und Australien per Schiff zu uns kommt, verderben, lange bevor es auf unseren Tellern liegt. Sie wollen doch nicht etwa das Manuskript einfrieren? Verdorben ist es schon. Aha, dachte ich. Holmes hat es also auch schon gelesen. Nein, ich will versuchen, ihm die Feuchtigkeit durch das Gefrieren zu entziehen. Vielleicht kann ich dann die Blätter leichter trennen. Genial. Nicht wahr? Ich komme eben von meinem Bruder aus dem Diogenes-Club. Er ließ beim Zollamt feststellen, wohin in letzter Zeit Doktor von Lindes Gefriermaschinen aus Deutschland geliefert wurden. Nun, wohin? Zum Beispiel zu Myers & Spellbinder, Fleischgroßisten. Sie lagern gefrorenes Fleisch aus Australien bis zum Weiterverkauf. Und in ihren Kühlhallen wird jetzt das Heft ein paar Stunden lang tiefgefroren. Ich ziehe meinen Hut vor Ihrem Erfindungsreichtum, mein Freund. Na, wir sollten erst einmal abwarten, ob es funktioniert. Aber Sie können selbst einmal zu lesen versuchen, was fertig ist. Mit etwas Mühe wird es Ihnen sicherlich gelingen, obwohl die Tinte etwas verlaufen ist. Es handelt sich um ein sehr fantasievolles Werk. Möglicherweise mit einem wahren Kern. Ich weiß es nicht. Aber es dürfte Ihrem derzeitigen Lesegeschmack entsprechen. Um nicht als neugierig zu erscheinen, nahm ich den Inhalt der Blätter noch einmal zur Kenntnis, tat aber so, als würde mir der unanständige Inhalt nichts ausmachen. Währenddessen las Holmes das Telegramm. Eine missliche Situation. Er schickte sofort ein Telegramm nach Murthier Tidfull, um seine Hilfe zu versprechen. Als ich am nächsten Morgen nach dem Frühstück gerade zu meiner Lektüre greifen wollte, bekamen wir Besuch. Mr. Holmes, Dr. Watson, Inspektor Lestrade wünscht Sie zu sprechen. Soll hereinkommen. Aber er befindet sich in einem äußerst fragwürdigen Zustand, wenn ich das so sagen darf. Inspektor Lestrade befindet sich immer in einem äußerst fragwürdigen Zustand. Ich bitte Sie. Jedenfalls geistig. Das sind wir gewöhnt. So seltsam sah er aber noch niemals aus. Und so gerochen hat er auch noch nie. Soll ich ihn trotzdem heraufbitten? Aber nur ausnahmsweise, nicht wahr, Watson? Ja, ausnahmsweise, Mrs. Hudson. Wirklich nur ausnahmsweise. Lestrads Aufzug war in der Tat unbeschreiblich. Er spottete geradezu jeder Beschreibung. Er brachte eine Wolke peinlichen Geruchs mit ins Zimmer. Den Geruch einer Sache, nach der zu riechen, man sich im Alter von etwa zwei oder drei Jahren abzugewöhnen pflegt. Von den Stiefeln und Hosenbeinen angefangen, über die Hände und den ehemals weißen Vatermörderkragen bis hinauf zum Gesicht, war Lestrade darüber hinaus mit einer fettig glänzenden Rußschicht bedeckt. Aber, aber, Lestrade! Sie werden doch nicht Ihren Jugendtraum wahrgemacht haben und unter die Lokomotivführer gegangen sein. Welch ein Verlust für die Polizei. Sodawasser? Lestrade warf erschöpft seinen Donegal-Tweedmantel über die Lehne meines Sessels. Holmes, Gehässigkeit überhörend, ergriff er ohne zu antworten das Glas, das dieser ihm hinhielt, und trank es mit einem gierigen Zug leer. Ach, das tut gut. Schön, Lestrade. Es hat also am Sewer gebrannt. Aber warum glauben Sie, dass es Mord war? Weil ich, äh, Donnerwetter. Mr. Holmes, woher wissen Sie denn das alles schon? Dass es gebrannt hat, kann sogar ein Blinder erkennen. Und dass es an einem Sewer passiert sein muss, riecht man. Und wie kommen Sie, um einmal zum Thema zurückzukommen darauf, dass ich wegen eines Mordes durch die halbe Stadt gejagt bin, um mich dann von Ihnen verspotten zu lassen? Eben darum, mein Bester. Wer außer Ihnen würde meinen Spott ertragen, wenn nicht etwas wirklich Wichtiges anstünde? Holmes. Nun denn, jeder halbwegs aufmerksame Leser der heutigen Morgenzeitung dürfte darüber informiert sein, dass es in der Nacht in Barking in der Nähe des Sewers gebrannt hat. Ruß und Geruch, die wir beide an Ihrer Kleidung wahrzunehmen, das zweifelhafte Vergnügen haben, lassen keinen anderen Schluss zu, als den, das Sie am Sewer ermittelt haben. Und wenn Sie nicht wollen, Lestrade, dass man Ihre Gedanken liest, sollten Sie sich abgewöhnen, Ihnen wichtig erscheinende Passagen in Zeitungen rot anzustreichen. Da, die Morgenzeitung, die aus Ihrer Manteltasche ragt. Der Tote im Feuer steht da, einmal unterstrichen. War es Mord? Zweimal unterstrichen. Ach, da sieht man wieder, welche Adleraugen Sie haben, Mr. Holmes. Und in diesem Fall sogar, welche Adlernase. Also Mord. Ehrlich gesagt, Mr. Holmes, ich weiß es nicht. Mein Instinkt, meine Erfahrung, all das ruft Mord, Mord. Aber ich könnte nicht sagen, warum. Ach, unter den Trümmern des Wärterhäuschens fanden wir die Leiche des Wärters. Es war ein einfacher Bursche, nicht sehr intelligent, eher weniger, aber zuverlässig und fleißig. Wir konnten ihn ohne weiteres identifizieren, denn er litt an Agra, äh, nein, an Agro-Mehl... Wie ich sagte, ja. Und er war riesengroß. Er hatte gewaltige Hände und Füße, wahre Schaufeln. Und obwohl er bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war, konnte man ihn sofort daran erkennen. Spuren von Gewaltanwendung? Eingeschlagener Schädel? Nein, Mr. Holmes, nichts. Ja, warum denn dann trotzdem Mord? Weil ich doch darauf gewettet habe. Ganze fünf Pfund. Wenn ich verliere und meine Frau dahinter kommt. Fünf Pfund. Ich war ein Esel. Und nun kommen Sie zu mir, damit ich Beweise für Ihre Voreiligkeit zusammenklaube. Bei dieser Hitze, Sie haben Nerven. Ich denke, Inspektor Lestrats Voreiligkeit bedarf keiner weiteren Beweise. Vielleicht genügt es, Beweise für seine voreiligen Schlüsse zu sammeln. Nun hatte ich Holmes auch bei einem Versprecher erwischt, aber er ging nicht darauf ein. Lestrat verstand gar nichts, dachte aber wohl, Holmes hätte kein Interesse an dem Fall und verlegte sich aufs Betteln. Wenn ich nicht verliere, teilen wir den Gewinn. Einverstanden? Beim Jupiter. Zwei und ein halbes Pfund. Ein wahrhaft fürstliches Honorar. Dafür soll ich sogar noch bei dieser Hitze zum Sur hinausfahren? Zum Schein machte ich mich zu Lestrats Anwalt, damit Holmes nicht länger auf diesem herumhacken konnte. Denken Sie doch einmal an Lestrats vier unmündige Kinder, Holmes. Wo ist denn Ihre Ritterlichkeit geblieben? Ihr Mitgefühl? Haben Sie ein Einsehen? Fahren Sie mit dem Inspektor hinaus. Nun gut, Watson. Überredet. Wir übernehmen den Fall zugunsten von vier notleidenden Polizistenkindern für zwei und ein halbes Pfund. Lestrat strahlte über sein ganzes schwarzes Gesicht. Im Leichenschauhaus, Sir! rief er vor Freude ein wenig zu laut, als ihn Holmes fragte, wo der Tote denn abgeblieben sei. Wir konnten ihn nicht länger draußen lassen. Die Hitze, Sie verstehen. Nach Ihnen, meine Herren. Unterwegs berichtete Lestrat, was wir noch nicht wussten. Der Name des Wärters war Peter Lushing. Man hatte ihn auch Big Pete genannt. Er hatte völlig zurückgezogen in seinem Wärterhäuschen gelebt, denn sein Beruf hätte engere Freundschaften unerfreulich werden lassen. Seine geringe Intelligenz hatte seine Einsamkeit zusätzlich vergrößert. Holmes' Frage, ob Lushing mit irgendjemandem Streit gehabt haben oder in dunkle Geschäfte verwickelt gewesen sein könnte, verneinte Lestrat. Wir haben alle Menschen, die mit ihm zu tun haben oder hatten, vernommen. Ohne Ergebnis. Es waren nur sehr wenige Menschen. Ebenfalls ohne Ergebnis verlief die Untersuchung der Brandstelle. Spuren, die das Feuer noch übrig gelassen haben mochte, hatten das Löschwasser oder die Nagelstiefel der Feuerwehrleute vernichtet. Holmes kroch, des allgegenwärtigen Schmutzes nicht achtend, wie ein Trüffelschwein mit der Nase am Boden über die Brandstelle. Zoll um Zoll durchwühlte er die Gebäudereste, klopfte Balken ab, drehte noch feuchte, mit Ruß durchmischte Erdklumpen um, zerbröselte sie mit den Fingern oder besaß sie sich durchs Vergrößerungsglas. Schließlich gab mein Freund auf. Ich fürchte um Ihre fünf Pfund, Lestrat. Mal sehen, ob uns die Leiche etwas zu sagen hat. Die Strecke zur Gerichtsmedizin legten wir schweigend zurück. Im Leichenschauhaus schlug uns der vertraute, durchdringende Geruch von Karbol, Naftalin und kaltem Kalbfleisch entgegen. Angenehme Kühle umfing uns. Eine Wohltat nach der Fahrt in dem ungelüfteten, heißen Wagen. Ich hole Sie, sagen wir, in einer Stunde wieder ab. Ist Ihnen das recht? Er wartete unsere Antwort kaum ab und war schon verschwunden. Das letzte Mal stand er mit geschlossenen Augen da, ein Taschentuch vor dem Mund gepresst. Blastri der Tod persönlich. Ich rechnete jeden Moment mit einem Kollaps. Guten Tag übrigens, meine Herren. Nach der Begrüßung führte uns Dr. Galesdale in den Obduktionsraum. Die Wände waren bis zur Decke hinauf gekachelt. Überall standen Rollwagen mit den mir wohlvertrauten ärztlichen Instrumenten. Und auf den Tischen unter Tüchern lagen drei Leichen. Die Ausbeute des heutigen Morgens. Unser Toter lag auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt. Man hätte sie sicherlich nur mit roher Gewalt an den Leib pressen können, hatte es aber im Hinblick auf die bevorstehende Obduktion unterlassen. Es war kein schöner Anblick. Das Feuer hatte Nase, Lippen und Wangen verbrannt, sodass die lückenhaften, kariösen Zähne frei lagen. Es sah aus als Grinse der Tote. Die Augäpfel waren durch die Hitze verkocht. Wir blickten in leere Augenhöhlen. Die Kleidung, eine rissige Arbeitshose, eine ebensolche Jacke und grobstollige Halbstiefel waren mit der Haut zu einer schwarzen, unauflöslichen Masse verpacken. Holmes untersuchte zunächst den verkohlten Stoff der Arbeitskleidung mit der Lupe und ließ den Toten von Dr. Galesdales Assistenten umdrehen. Als er nichts fand, was ihm weitergeholfen hätte, begannen Dr. Galesdale und ich mit der Obduktion. In der Lunge fand sich kein Ruß. Das wäre der Fall gewesen, wenn Lasching erstickt wäre, er also rauchgeschwängerte Luft eingeatmet hätte. Big Pete war aber offensichtlich schon tot gewesen, als er verbrannte. Plötzlich zeigte mein Freund Anzeichen gesteigerter Aufmerksamkeit. Er kratzte mit einem Skalpell am Brustbein herum, untersuchte den Knochen mit der Lupe und pfiff durch die Zähne. Weiß und glatt leuchtete der Knochen aus dem schwarz verbrannten Fleisch heraus. Wissen Sie, was das bedeutet, meine Herren? Ich nehme an, dass der Mann dem Feuer nicht lange genug ausgesetzt war. Die Knochen hatten keine Zeit, schwarz zu werden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ein kleines Experiment wird uns weiterhelfen. Ich teile Ihnen das Ergebnis mit, Doktor. Ich sah ihm an, dass er mehr wusste, als er sagen wollte. Einen Moment noch, bitte, meine Herren. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Er ging zu einem Tisch, auf dem unter einem weißen Tuch ein weiterer Leichnam lag. Wurde heute Morgen als Wasserleiche eingeliefert. Er hatte sich im Netz einiger Flussschiffer verfangen, die ihn herbrachten. Sie waren heillos erschrocken und hätten ihn wahrscheinlich gleich wieder ins Wasser geworfen, wenn sie sich nicht eines Besseren besonnen hätten. Sie hofften sich wohl eine Belohnung, die es dafür jedoch nicht gab. Deshalb brachten sie ihn her. Dann zog er mit theatralischer Geste das Tuch von dem Leichnam. Im ersten Moment dachte ich, es handele sich um einen toten Schimpansen. Der Tote war vom Scheitel bis fast zur Sohle in schwarzen Pelz gehüllt. Aber das ist doch, ich meine, das war mein Wehrwolf. Wehrwolf. Die Herren kennen sich bereits. Watson, ich schulde Ihnen weitere tausend Kniefälle. Ist das wirklich Ihre nächtliche Begegnung vor der Haustür? So wahr ich John Hamish Watson heiße. Wie ist der Ärmste denn gestorben? Ertrunken. In unserer guten alten Mutter Timsel. Aber wenn Sie bereits das Vergnügen hatten, Sie wissen, warum er so aussieht. Eine seltene Blutkrankheit. Blut. Schon wieder. Er sprach zu seinen Lebzeiten unter konspirativen Bedingungen, wenn ich so sagen darf, bei uns vor. Und er hat meinem Freund und Mitbewohner hier den Schrecken seines Lebens eingejagt. Hätte ich ihm früher Glauben geschenkt, könnte er vielleicht noch am Leben sein. Ertrunken, sagten Sie? Naja, alles deutet darauf hin. Die Lunge ist voller Wasser. Das ist seltsam. Dr. Watson gegenüber erwähnte der Unglückliche schon einmal ins Wasser gefallen, aber wieder herausgekommen zu sein. Offenbar beherrschte er doch wohl bis zu einem gewissen Grad die Kunst des Schwimmens. Warum also ist er ertrunken? Weiß der Tote irgendwo Verletzungen auf? Wurde er vielleicht niedergeschlagen und dann in die Themse geworfen? Ich schaue ihn mir noch einmal genau an. Informieren Sie vorsichtshalber Scotland Yard. Herr Kollege, glauben Sie wirklich, dass Inspektor Lestrade wegen eines Atomkennen, selbst wenn es aussieht wie dieser hier, auch nur einen Finger rührt? Da müsste schon ein Hackerbeil mitten in seinem Kopf stecken. Lestrade ist ein ausgemachter Ignorant. Da würde ich nur ungern widersprechen, Doktor. Ihn zu unterrichten hat wohl derzeit tatsächlich keinen Wert. Benachrichtigen Sie mich bitte, wenn Sie noch etwas finden. Es ist sehr wichtig und steht möglicherweise sogar im Zusammenhang mit dem Fall des unglücklichen Sjordwärters. Wir müssen uns dringend verabschieden. Holmes eilte bereits durch den Flur, während ich mich noch rasch bei meinem Kollegen für seine Unterstützung bedankte. Lestrade wartete draußen auf der Straße. Zu seinen Füßen lagen die Überreste von mindestens einem Dutzend Zigaretten, die er geraucht hatte, während wir Big Pete obduziert hatten. Halten Sie Ihre zweieinhalb Pfund bereit, Lestrade. Mehr kann ich Ihnen nicht empfehlen. Kommen Sie, Watson. Er hackte mich unter und zog mich an den verdutzten Polizisten vorbei, um auf der Straße eine Droschke anzuhalten. Mea culpa, mea maxima culpa, wie Sie als Lateiner und ehemaliger Katholik sagen würden. Und wenn ich wieder einmal das Offensichtliche übersehen sollte, weil ich es nicht sehen will, brauchen Sie mir nur das Wort Wehrwolf ins Ohr zu flüstern. Ich würde mich zu gegebener Zeit daran erinnern. Beim Abendessen unterhielt mich Holmes mit einem sehr anregenden Vortrag über das Moment des Heldischen in irgendwelchen Opernchören von Wagner und Verdi. Durch keinen Trick der Welt ließ er sich jedoch dazu verführen, preiszugeben, was er gesehen hatte oder was er beabsichtigte. Als ich mich eben für die Nacht zurückziehen wollte, sagte er noch etwas Merkwürdiges. Weiß, Watson. Was ist weiß? Weiß ist der Schlüssel. Gute Nacht, mein Lieber. Gute Nacht, mein Lieber. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, 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 ja Ich entsinne mich Also, die enorme Größe der Gliedmaßen unserer Leiche Schließt jeden Zweifel an der Identität des Toten aus Es ist daher nicht anzunehmen, dass uns ein falscher Big Pete untergeschoben wurde Und der echte noch nach den Ausdünstungen des Suers duftend unter uns weilt Der von ihnen ausführlich geschilderte Geisteszustand Lushings macht dies unwahrscheinlich Dann endlich schillerte Holmes sein Experiment mit den Hühnern Und die Schlussfolgerungen aus der Untersuchung der Knochen Es war also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Mord Lestrade strahlte Aber sein Strahlen war wie weggeblasen, als Holmes sein Honorar einforderte Mit verkniffenen Lippen holte der Polizist Scheine und Münzen aus der Tasche und legte sie auf den Tisch Eins würde mich noch interessieren, Mr. Holmes Wer hat's getan? Woher soll ich das wissen? Danach hatten sie mich nicht gefragt Sie wollten wissen, ob es Mord war Diesen Nachweis habe ich ihnen erbracht Mehr war nicht ausgemacht Watson, sollten wir einen Mörder suchen? Ich schüttelte den Kopf Aber ich will nicht so sein, Lestrade Ich schlage Ihnen einen Wettkampf vor Wir suchen jetzt beide den Täter Wenn ich ihn zuerst finde, bekomme ich noch fünf Pfund Wenn Sie mir aber zuvorkommen, erhalten Sie von mir zehn Pfund Und ich lasse Ihnen sogar noch 24 Stunden Vorsprung Einverstanden? Sie sind ein wahrer Gentleman, Mr. Holmes Aber die zehn Pfund sind Sie so gut wie los Er schüttelte dankbar Holmes' Hand, die er mit beiden Händen ergriffen hatte Und war im nächsten Moment zur Tür hinaus Wo er beinahe Mrs. Hudson über den Haufen rannte, die ihm erschrocken nachsah Jetzt stellen wir uns das Gesicht vor Das Lestrade macht, wenn Dr. Galsdale ihn den toten Wolfsmann zeigt Er wird nie mehr wagen, seinen Kindern mit dem schwarzen Mann zu drohen Holmes, wie gemein, wie abgrundtief gemein Ich weiß momentan allerdings noch nicht, wie das alles wirklich zusammenhängt Zurzeit befinden wir uns noch im Stadium der Arbeitshypothesen Und nichts verstellt den Blick auf die Wahrheit mehr als das vorschnelle Verkünden dessen Was man für fertige Resultate zu erhalten geneigt ist Wir dürfen nicht vergessen, dass ein wichtiges schriftliches Dokument, das diesen Fall betrifft Noch immer unserem Zugriff entzogen ist und vielleicht für eine Weile völlig entzogen bleiben wird Das hängt von meinem Experiment mit der Gefriermaschine ab Ärgerlich nahm ich Hut und Stock vom Haken und verließ die Wohnung Mit Rücksicht auf unsere geplagte Vermieterin unterließ ich es, die Tür so fest zuzuwerfen, wie es der Situation angemessen gewesen wäre Tatsächlich gelang es Holmes in mühevoller Kleinarbeit, die eingefrorenen Blätter voneinander zu trennen, ohne die Schrift zu zerstören Nachdem sie durch eine intensive Behandlung mit dem Blätteisen getrocknet, zwischen Glasplatten gelegt und mit Gummibändern fixiert waren, gab er mir zu lesen, was noch lesbar war Dieser Bericht wurde geschrieben in der Hoffnung, dass er einmal jemandem überbracht werden kann, der mir, der uns, meinem Bruder Wolfert und mir helfen kann Vielleicht sogar Sherlock Holmes persönlich Mein Name ist Marie-Loup Antreneski Mein Vater, Dr. Victor Antreneski, den ich nur noch dieses eine Mal an dieser Stelle Vater nennen werde Denn ich hasse ihn aus dem tiefsten Innersten meiner Seele heraus Ist ein Arzt und Forscher Solange ich denken kann, leben wir in Mexiko, aber die Vorfahren meines Vaters stammen aus Europa Ich bin, müssen Sie wissen, genau wie mein Zwillingsbruder missgebildet Unsere Krankheit nennt man Hypertrichose Wir sind über und über mit schwarzen Haaren bedeckt Auch im Gesicht, auf der Brust, auf dem Rücken, überall A suchte immer neue Mittel gegen unsere Krankheit, doch keines half wirklich Mein Bruder schien einmal geheilt, das heißt, er verlor für einige Zeit seine Haare A hatte sein krankes Blut durch Künstliches ersetzt, aber das funktionierte nicht, wie es sollte Wolfert litt schreckliche Schmerzen und Atemnot A gab ihm Unmengen von Ochsenblut zu trinken und mein Bruder trank es, wenngleich widerwillig Seither weigert er sich, sich A's Willen zu beugen Er lässt sich nicht mehr von ihm behandeln und will A nicht mehr sehen Nachdem Wolfert sich geweigert hatte, noch einmal Opfer der medizinischen Versuche A's zu werden unterzog er mich vielen, zum Teil schmerzhaften Prozeduren Er fand ein Mittel, das meine Haare zum Ausfallen bringt Jeder Arzt weiß es, dass man Menschen unter keinen Umständen Tierblut übertragen darf Ein grausamer Tod wäre die unausweichliche Folge Auch die Blutübertragung von Mensch zu Mensch galt den Medizinern bislang als zu riskant, weil sie meist tödlich endete Nun jedoch ist es A gelungen, das menschliche Blut zu klassifizieren Nicht jede Klasse kann mit einer anderen vermischt werden Die passenden Klassen aber können, wenn man das Geheimnis kennt, übertragen werden Transfundieren, nennt A dies Anfangs fragte ich mich nie, wo das Blut herkam, welches mich für einige Zeit teilte Dann aber kam mir ein furchtbarer Gedanke Vielleicht waren die Menschen, von denen es stammt, gar nicht mehr am Leben Dann wäre A Ich kann diesen Gedanken nicht aussprechen A wurde immer seltsamer, je weiter er seine Forschungen vorantrieb Er erkrankte bei seinen Untersuchungen selber Er verfällt von Tag zu Tag mehr Er verwest regelrecht bei lebendigem Leibe Er hat aus dem Reich einen Kühlapparat kommen lassen Dieser Kühlapparat senkt die Temperatur der Räume, in denen A sich aufhält, so sehr ab, dass sich der Verlauf der Krankheit verlangsamt Seine Umgebung ist nun so kalt wie sein Herz Mich fröstelt in seiner Gegenwart Retten kann die Kühlung sein Leben nicht Aber A arbeitet daran, vor seiner Krankheit, wie soll ich sagen, in einen anderen, einen neuen Körper zu entfliehen Dazu hat er ein schreckliches Wesen geschaffen, das einmal sein neues Ich werden soll Er hält es in einem Verlies im Keller gefangen Nur Mr. Holmes kann A finden und ihn hindern, weiterhin Dinge zu tun, die kein Mensch auf Erden tun darf Und seien seine Kinder oder er selbst noch so krank Ich habe keine Angst um mein Leben Denn ich werde nie ein normaler Mensch sein Aber ich habe Angst um A Schließlich ist er doch mein Vater Weil ich keine Briefe schreiben und absenden kann Habe ich Wolfert, meinen Bruder und treuen Freund Der den Tod nicht scheut, gebeten, diesen Brief zuzustellen Gott segne sie und entlohne sie für ihre Hilfe Marie-Loup A Da schau her Hier schreibt eine junge Frau, die sehr exakt zu beobachten versteht Und über ein profundes medizinisches Wissen verfügt Dann sollten wir sofort etwas tun, um die arme Marie-Loup zu retten Sie ist in Gefahr Wir müssen, wir sollten Nur ruhig Blut, Watson, um im Bilde zu bleiben Nur ruhig Blut Ich glaube nicht, dass der jungen Dame unmittelbare Gefahr droht Und es hat auch wenig Sinn, jetzt den edlen Ritter spielen Und sich blindlings in den Kampf stürzen zu wollen So Wir haben es mit einem Täter zu tun Der mit großer Systematik Und zum Teil mit sehr viel Aufwand vorgeht Auch das Entführen von Leichen steht auf seinem Programm Jedenfalls, wenn die Leichen von wissenschaftlichem Interesse sind Und Darüber hinaus würde ich meinen Kopf darauf verwetten Dass die beiden Stockfechter am Hafen genau hinter eben diesem Heer waren Ach was Offenbar war er zur unfreiwilligen Teilnahme an einem abscheulichen medizinischen Versuch ausersehen Was sich meiner Gesundheit zuliebe gerade noch verhindern konnte Antrinewski ließ Dr. Barthorpe ermorden, um an die Leiche von Peter Griffith zu gelangen Von deren Untersuchungen er sich sicherlich interessante Erkenntnisse versprach Jedenfalls passt das ins Bild Antrinewski stammt aus Mexiko Oder hat jedenfalls viele Jahre in diesem Land gelebt Und sich dort mit einer sehr exotischen Krankheit infiziert, die er heilen möchte Wir wissen jedoch noch nicht, wo Patientin und Arzt, sprich Marilup und ihr Vater, zu finden sind Der treue Wehrwolf, der uns hätte dorthin führen können, Marilups Bruder, liegt auf Dr. Galstays Tisch Klar ist aber, dass ein Forscher mit seinen vielfältigen Sammlungen und Geräten, so sehr er sich auch bemüht, nicht völlig unbemerkt nach England einreisen kann Er kommt mit unzähligen Kisten und Behältnissen Ich werde mich also weiter ein wenig nach Gästen aus Mexiko mit großem Gepäck umsehen Wie gefährlich das ist, durfte ich am eigenen Leibe bereits verspüren Und das Ammoniak, das er braucht, um sich am Leben zu erhalten und seine Leichensammlung zu kühlen, muss er irgendwo kaufen Bei der Suche nach dem Lieferanten soll mir mein Bruder helfen Schließlich ist es ein Beruf wie meiner, Fakten aller Art zusammenzutragen und Schlüsse daraus zu ziehen Wenngleich er das in einem größeren Stil tut als ich Es dauerte nicht mehr als etwa 36 Stunden, bis Holmes triumphierend neue Erkenntnisse mitteilen konnte Endlich, Watson, wissen wir mehr Im vergangenen Jahr, am 29. Mai, kam die Elvira aus Amerika via Cork in Bristol an An Bord Dr. Antreniewski sowie eine tief verschleierte Frau Die Agentur Spencer & Milewski vermittelte Dr. Antreniewski eine Unterkunft und alles weitere, was er brauchte Wer mag das sein? Das kann nur der Telegrammboote sein, Watson Die quietschenden Bremsen seines Velozipäts, als er vor dem Haus anhielt, waren nicht zu überhören Da ist er schon Sekunden später überreichte ein Bote ein Telegramm, nahm sein Trinkgeld entgegen und verschwand wieder Von Dr. Gildsdale Der Wolfsmann weise Anzeichen von Muskellähmung auf Darum sei er auch ertrunken, nachdem er ins Wasser gefallen war Daraufhin habe er den Wolfsmann noch einmal gründlich untersucht und eine Einstichstelle im Rücken entdeckt Möglicherweise sei ein Pfeilgift wie Tubocurare verwendet worden Da schau her, Tubocurare Tja, Watson Die Indios am Amazonas verwenden dieses mundsamen Gewächs Es wirkt nur bei Aufnahme über das Blut tödlich, nicht bei der Verdauung, sonst könnten die Indios ihre Beute nicht essen Mit dem Wort Tubo bezeichnen sie übrigens die Bambusbehälter, in denen sie ihr Pfeilgift aufbewahren Ach was Auf jeden Fall scheint der Kollege Gildsdale ein Mann von außerordentlichen Fähigkeiten zu sein Er muss ja Wolfertts gesamte Behaarung buchstäblich durchkämmt haben, um die Pfeilwunde zu finden Lestrade weiß sicherlich nicht, was die Metropolitan Police an diesem Arzt hat Aber gut, lassen wir das vorerst einmal beiseite Wo waren wir stehen geblieben? Bei Spencer & Milewski Richtig, Spencer & Milewski wollten zunächst die Adresse ihres Klienten nicht herausgeben Ich musste zu drastischen Mitteln greifen, um sie herauszubekommen Drastische Mittel? Nun, ich ging fort und brachte den kleinen Arthur mit Arthur Stanley Jefferson, ein Mitglied der Baker Street Irregulars Er ist erst sieben Jahre alt Seine Eltern sind am Theater und haben ihr Talent auf den Jungen vererbt Also, als erstes schminkte ich den kleinen Arthur zweckdienlich, wobei ich eine ganze Menge Rosshaar verbrauchte Ich schuf, ohne mich jetzt allzu sehr loben zu wollen, ein perfektes kleines Ebenbild ihres Wolfsmenschen Zog ihm eine Kapuze über den Kopf, brachte ihn ins Büro von Spencer & Milewski Und erklärte, Dr. Antrinewski sei ein Spezialist und nur er könne meinem kleinen Sohn helfen Nein! Die Sekretärin schrieb mir totenblass mit zitternden Händen die Adresse auf und wir konnten uns verabschieden Dr. Antrinewski hat Vanderfield Fairhouse gemietet Das viele Ammoniak, das er benötigt, bezieht er von der reichsdeutschen Firma H&E Albert Die vor allem das sogenannte Thomas-Mehl, aber auch andere Chemikalien und Düngemittel herstellt Und seit 1894 unter dem Namen Chemical Works Late H&A Albert in London ansässig ist Dann müssen wir ja nur noch nach Vanderfield Fairhouse fahren, um Miss Marie Loop zu retten Und was sollen wir ihm sagen? Buenas Dias, Sender Doktor Wir sind Sherlock Holmes und Dr. Watson und interessieren uns für Ihre sinistren Machenschaften Vielleicht sollten wir doch zu einer Kriegslist greifen Wieder Arthur? Einen verkleideten und geschminkten kleinen Jungen würde er als Arzt sicher sofort durchschauen Aber im Prinzip ist die Idee nicht schlecht Ich denke, wir brauchen, wie soll ich sagen, externe Hilfe Machen Sie sich auf etwas gefasst Können Sie morgen um ein Uhr in der Frühe aufstehen? Aus meiner gebrummelten Antwort schloss Holmes wohl, dass ich es konnte und weite mich in seinen Plan ein Wenn mir etwas schwerfällt, dann das Aufstehen um ein Uhr in der Frühe nach einer oder zwei Stunden unruhigen Schlafes Meine Militärdienstzeit, als mir so etwas nicht das Geringste ausmachte, lag wohl doch schon zu lange zurück Gut, wenn man zwei Wecker hat, die im Abstand von fünf Minuten klingeln Außerdem war da für alle Fälle noch Holmes energisches Klopfen an meiner Schlafzimmertür Ich bin schon lange wach Und so verließ ich nach einem kurzen, noch schweigend verzehrten Frühstück mit meinem Arztkoffer in der Hand Und meiner geladenen Webley in der Tasche, neben Holmes in der Morgendämmerung das Haus Um mich in irgendeinem Hinterhof einzufinden, wo mehr als ein Dutzend kräftige Männer auf uns warteten 14 Mann und ein Bootsmann wie befohlen angetreten 15 Knüppel und 15 Pistolen geladen und gesichert am Mann So wie das gewünschte Gerät Ich freue mich, Mr. Holmes, wenn ich das so sagen darf, wieder für Sie zu tun zu haben Dankeschön, Tickles Darf ich Ihnen meinen Freund Dr. Watson vorstellen? Sozusagen unser Schiffsarzt Ich hoffe aber, dass wir seine Dienste nicht in Anspruch nehmen müssen Watson, das ist Warrant Officer ad Sergeant Tickle Freut mich, Warrant Officer Warrant Officer Tickle und seine Kameraden sind Veteranen der Royal Navy und fürchten weder Tod noch Teufel Jeder von ihnen hat schon einmal einen Schiffsuntergang überlebt und ist mindestens einmal von einem Hai gefressen worden Aber nicht ganz, erwiderte Tickle mit dem Auge zwinkernd und hielt mir seinen linken Arm vor die Nase, der in einem eisernen Haken endete Gelegentlich, Watson, erhalten Sie von meinem Bruder inoffizielle Aufträge, die die normale Polizei nicht übernehmen kann oder darf Dieses Mal arbeiten Sie für mich Gut, genug der Vorrede, wenn niemand mehr Fragen hat, können wir loslegen Auf ins Gefecht Wie auf Kommando fuhren vier große Kutschen vor Drei nahmen je fünf Mann mit ihrem Gepäck auf Holmes und ich teilten uns die vierte Kutsche mit Tickle Die Fahrt dauerte nicht lange, obwohl unser Ziel, Wanderfield Fairhouse, etwas außerhalb lag Das Anwesen sieht ziemlich verlassen aus Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät Ob die öffentliche Aufmerksamkeit um den angeblichen Wehrwolf die Bewohner verscheucht hat? Das wäre misslich Klar zum Enttern, Sir! Dann los! Und in Nu waren die Männer in der Dunkelheit verschwunden Ich wartete schweigend neben meinem Freund, die Hände in den Taschen meines Sommermantels vergraben, meine Webley umklammend Nach wenigen Minuten erschien Tickle wieder Wir sind drin, Sir! Aber es ist alles leer Bis auf ein paar Holzkisten Habe ich es nicht gesagt? Offensive oder Rückzug? Antrinewski hat den Rückzug vorgezogen Wir sind zu spät gekommen, Watson Der Gegner hat die Initiative behalten und die Flucht ergriffen Kommen Sie rasch! Wir sollten wenigstens einen Blick in das Haus werfen Wir eilten durch die geöffnete Eingangstür Der Geruch einer Wohnung verrät einiges über deren Bewohner Und was riechen Sie, Holmes? Dass die Gesuchten hier gelebt haben müssen Ich nehme eine ganz spezifische Geruchsmischung wahr Von Männern Einer Frau Ganz eindeutig nur einer Tiere Chemische Stoffe Frisches Holz Blut Er leuchtete auf den Boden und hob etwas auf Holzspäne Sie durften von Kisten stammen, denn hier liegen auch noch einige Nägel Da, der da ist krumm geschlagen Dieser abgebrochen Stroh als Polstermaterial Sieht alles nach sehr eiligem Einpacken aus Der Strahl meiner Lampe glitt über den Boden Irgendetwas gedrungen Längliches bewegte sich da Es krömmte und streckte sich wie ein dicker Wurm auf Wanderschaft Ich wollte mich danach bücken Moment Er griff in die Tasche nach seiner Pinzette und hob den vermeintlichen Wurm auf Es war gar kein Tier An Holmes' Pinzette wand sich eine pechschwarze Zunge Die von ihrem vermutlich menschlichen Besitzer durch einen sauberen, glatten Schnitt getrennt Ein unheimliches, seelenloses Eigenleben führte Selbst in der Umklammerung der Pinzette führte sie ihre gleichmäßigen Krümm- und Streckbewegungen fort Watson, Sie als Arzt, was ist das? Fassen Sie es nicht an, Holmes Der Verfarbung nach könnte es Schwarzbrand sein Das ist hoch ansteckend Keine Sorge, Watson Das gute Stück hier riecht nach Salmiak Salmiak desinfiziert auf alle Fälle Zu meinem Entsetzen tupfte Holmes den Zeigefinger auf die Zunge und führte ihn zum Mund Hochgradig versalzen, würde ich sagen Wie ich dachte, Salzlakritz, auch Spunk genannt oder Salmiak Aber warum lebt diese Zunge? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet zunächst einmal, dass hier ganz ohne Zweifel ein hochbegabter Wissenschaftler von großer Neugier und Experimentierlust am Werke ist Die Zunge ließ vor meinem geistigen Auge wieder die Erinnerung an abgerissene, aber noch zuckende Arme und Beine auferstehen, die ich auf den Schlachtfeldern Afghanistans hatte sehen müssen Rasch schüttelte ich diese schrecklichen Bilder ab und wandte mich einer der offenen, mit Stroh gefüllten Holzkisten zu Ich griff hinein und holte ein großes, mit einer trüben Flüssigkeit gefülltes und mit Siegelwachs verschlossenes Becherglas heraus Holmes leuchtete es an Beinahe hätte ich das Glas fallen gelassen Denn darin befand sich etwas, was auf den ersten Blick wie ein Badeschwamm aussah, aber keiner sein konnte Es war noch schlimmer als die zuckende Zunge von eben Es war eine menschliche rechte Hand, über und über mit Warzen überzogen Auch dieses legte ich gleich wieder hin und befreite einen größeren Glasbehälter daneben vom Stroh Darin schwamm ein menschlicher Kopf Das ist, das ist Ja, genau, Peter Griffith Die Präparate waren Antrenefsky wahrscheinlich auf der Flucht hinderlich Und so wie es aussieht, brauchte er sie für seine Forschung nicht mehr Was er wissen wollte, weiß er jetzt Mr. Holmes, Sir, kommen Sie schnell Was ist los, Tickle? Sir, wir müssen hier raus, Sir Benjamin hat dem Keller etwas angefasst Es ist zerbrochen und brannte sofort Nein Das haben die hinterlassen, die hier gehaust haben Wir sollten die Anker lichten und die Segel setzen, Sir, bevor jemand kommt Holmes, sogar ich kann das riechen Die Sache wird brenzlig Wir sollten machen, dass wir hier rauskommen Lassen Sie abrücken, Tickle, Treffpunkt wie vereinbar Aye, aye, Sir Nimmen Sie das mit, Watson, für die Angehörigen Holmes legte mir rasch den schweren Glasbehälter mit dem Kopf des bedauernswerten Patrick Griffith in die Arme Dann machten wir, dass wir davon kamen Als wir das Gebäude verließen, stiegen schon schwere Rauchschwaden aus den unteren Stockwerken auf Von draußen sah man die Flammen aus den Kellerschächten schlagen Als wir genügend Entfernung zwischen uns und den Ort des Einbruchs gebracht hatten, nahmen wir einen Hanson zum Frachthafen Damit der Kutscher es nicht sah, hatte ich den Behälter mit Patrick Griffiths Kopf in meinen Arztkoffer gelegt und die Instrumente in meine Mantelmasche gestopft Das ist Robert Trellas Rettung Wir müssen die Waliser Polizei informieren Soll ich den Fall schriftlich darlegen? Das wäre nicht schlecht, Watson Wir haben nämlich keine Zeit, noch einmal nach Wales zu reisen Sie schreiben den Bericht Und mein Bruder wird dafür sorgen, dass er mitsamt dem Kopf der walisischen Polizei überstellt wird Wir sind übrigens da Holmes meinte die Hafenkneipe, die sich zu Ehren von Sir Francis Drake Golden Hind nannte Hier trafen wir uns alle wieder Ich fühlte mich reichlich fehl am Platze Aber Tiggels Mannen benahmen sich mir gegenüber genauso respektvoll wie zu Holmes Mit einem Glas Rum wurde trotz des Misserfolgs auf die Nacht- und Nebelaktion angestoßen Am nächsten Morgen hatte ich fürchterliche Kopfschmerzen Trotzdem schrieb ich den von Holmes gewünschten Bericht über die Auffindung des Kopfes von Pedro Griffith Im Gegensatz zu mir war Holmes putzmunter Ich habe den Rum unter den Tisch geschüttet Und keiner unserer wackeren Seeteufel hat es gemerkt Und was machen wir jetzt? Wo ist Andrinewski? Und was ist mit der zappelnden Zunge? So viele Fragen auf einmal, mein Guter Was den letzten Punkt betrifft, so muss ich Ihnen voller Bedauern mitteilen Dass die Zunge, die gestern noch so munter kriechend zu entkommen suchte Offenbar ihren Geist aufgegeben hat Heute Morgen lag sie leblos in ihrem blechernen Behältnis Und sonst? Tiggel und seine Mannschaft hören sich am Hafen um Mycroft lässt die Bahnhöfe durchkämmen So einen Tross, wie Andrinewski ihn offensichtlich besetzt Kann man nicht einfach in den Koffer packen und wegtragen Dann bleibt uns vorerst nur das Abwarten, nicht wahr? Und das Tee trinken, natürlich Wir tranken nicht nur eine Kanne unseres Lebenselixiers, sondern insgesamt drei Allmählich rückte die Zeit des Mittagessens näher und wir hatten noch immer keine Nachricht Weder von Mycroft noch von Tiggel Schließlich, wir hatten Mrs. Hudson schon um eine Platte Sandwiches gebeten Traf das erlösende Telegramm ein Vogel hat das Nest mit dem Circus Royal in Richtung Österreich verlassen Beauftrage, Verfolgung aufzunehmen Kontakt, Oberst Neunlinger, Wiener Evidenzbüro Konserven nach Wales unterwegs Mycroft Bemerkenswert Was ist bemerkenswert? Na, Andrinewski ist Tarnung selbstverständlich Wo könnte man seine haarige Tochter besser verstecken als unter Kraftjongleuren, Tierdresseuren, Jigitenreitern und Clowns? Was ist denn ein Evidenzbüro? Eine Stelle des Kriegsministeriums, ähnlich dem Amt, dem mein Bruder vorsteht Wenn Sie nun noch so nett wären, mir den Fahrplan herüber zu erreichen Danke Bevor wir dazu kamen, unsere Reisevorbereitungen zu treffen, erschien Lestrade, wie immer aufgeregt und in höchster Eile Mr. Holmes, Mr. Holmes Hier, in höchster eigener Person Dr. Watson kennen Sie ja bereits Der Mörder, der mit dem Blut und den weißen Knochen Immer schön der Reihe nach, Lestrade Nicht der Mörder, soviel ich mich erinnern kann, sondern sein verbranntes Opfer hatte weiße Knochen Weil man ihm das Blut abgezapft hatte Nicht wahr, Watson? So war's doch Ja doch, Mr. Holmes Heiße Knochen, wie die Sassurwärter Dr. Gelsdale hat sich schon untersucht Ist das nicht fantastisch? Überaus, Lestrade, überaus Und wieso haben Sie nun den Mörder? Na, weil wir den Mieter von Vanderfield Fairhouse ausgeforscht haben Einen gewissen Andreevsky oder so ähnlich Einen Arzt aus Russland Jetzt müssen wir ihn nur noch finden Und dann haben wir ihn Warum kichten Sie so? Später, Lestrade, später Können wir die Toten aus Vanderfield Fairhouse ansehen? Dr. Gelsdale bittet Sie sogar darum Ich soll Sie gleich hinbringen Wenig später betraten wir erneut die bis unter die Decke gefließten Räume Der Geruch nach Kabul, Naftalin und kaltem Kalbfleisch hatte sich nicht verändert Sehen Sie, meine Herren, derselbe Befund wie bei dem Sourwärter Wir haben keinen Tropfen Blut mehr in Ihren Körpern gefunden Holmes stand, die Lupe in der Hand, bereits über eine lediglich angesenkte Tote gebeugt Sorgsam, Zentimeter für Zentimeter untersuchte Holmes die Beuge des intakten Armes Ganz eindeutig Eine Punktion der mittleren Ellbeugenvene Vena mediana cubiti Der ideale Ort zur Blutentnahme Soweit das noch feststellbar ist, ist das bei allen der Fall Aber wieso haben sich die Opfer das gefallen lassen? Wieso leisteten sie keinen Widerstand? Ich meine, wer lässt sich schon freiwillig sämtlichen Blutes berauben? Diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, Dr. Watson Sämtliche Opfer wurden mit einem harten, stumpfen Gegenstand aus Holz Wir haben kleine Spitter gebunden Auf die Stirn geschlagen Nicht so, dass der Schlag tödlich gewirkt hätte, das nicht Sie wurden lediglich betäubt und mussten die Qual bis zum bitteren Ende durchstehen Ihr Herz pumpte weiter das Blut aus ihren Wunden Bis zum Exitus Widerlich, wirklich widerlich Wer tut so etwas? Jemand brauchte offenbar ihr Blut, nichts anderes Dr. Galsdale, was hatten die Toten denn im Magen? Das ist eine interessante Frage, Herr Kollege Alle hatten sich schon tagelang vor ihrem Tod von wässrigen Gemüsesuppen ernährt Linsen, Erbsen, Graupen, Müll Wie? In unzureichender Menge Das, was in Armenküchen und Armenspitalern gemeinhin so ausgegeben wird Dann ist doch völlig klar, wieso diese Menschen sich freiwillig Blut abnehmen ließen Da spricht vor der Armenküche ein vornehmer fremder Doktor Jemanden, der nach der kostenlosen Mahlzeit hungriger ist als zuvor Freundlich an und bietet, sagen wir, ein ganzes Pfund für einen halben Liter Blut Für die Wissenschaft, erklärte er Und weil die hungrige Person von da an nur noch an das Geld denkt Und an das Essen oder den Schnaps, den man da verkaufen kann Geht oder fährt sie brav mit ihm und lässt sich ebenso brav eine Nadel in den Arm stecken Das Blut fließt in Strömen Lestrat? Mr. Holmes? Der Polizist erschrak regelrecht, als Holmes ihn ansprach Sie haben es gehört Was gehört? Armenküchen, suchen Sie die einschlägigen Etablissements der Stadt ab Die Angehörigen dieser Toten hier haben ein Recht darauf, zu erfahren, was aus ihren Lieben geworden ist Ich fange sofort damit an Und damit enteilte er, erleichtert einen Vorwand gefunden zu haben, die Leichenhalle zu verlassen Holmes zog seine Taschenuhr hervor Doktor, unsere Zeit ist wie immer knapp bemessen Wir danken für die reichhaltigen Informationen und werden sie auf dem Laufenden halten Watson, auf nach Wien! Wir verabschiedeten uns von Dr. Galesdale Gute Reise! Rief er uns noch hinterher Ich begann mich auf die Fahrt nach Wien zu freuen Wien empfing uns mit der gelassenen Würde und Herzlichkeit einer großen, eleganten Metropole Unser Hotel war ein beeindruckender Bau an einem großen Platz mit dem unvermeidlichen Denkmal davor In der Empfangshalle drangen Gesprächsfetzen in allen europäischen Sprachen an unsere Ohren Man hörte Deutsch, Ungarisch, eine Sprache, die wie Russisch klang, aber womöglich Tschechisch oder Kroatisch war Und sogar ab und an Englisch Der Rezeptionist, ein kleiner, weißhaariger Herr mit heftigen Gesten, der von seinen Kollegen als Herr Franz angesprochen wurde, beherrschte es fließend, wenngleich mit drolligem Akzent Allerdings war er erfreut, als Holmes ihn in seinem eleganten Deutsch ansprach Nachdem wir unsere Zimmer bezogen und uns etwas frisch gemacht hatten, gingen wir wieder zur Rezeption Wir sollten uns nicht gleich auf die Suche nach Viktor Antrenefsky stürzen Erst möchte ich meinem Brieffreund Dr. Landsteiner meine Aufwartung machen Zuvorderst müssen wir aber feststellen, wo er wohnt Unsere Korrespondenz lief immer über das Hygienische Institut, wo Dr. Landsteiner als Assistent wirkt Ach Bitteschön, Herr Franz, wenn man in Wien jemanden aufsuchen will, dessen Adresse man nicht kennt, was tut man dann? Da gingen sie entweder zur Polizei, Herr Professor Elisabeth Promenade, oder ins Fremdenamt Dort schreiben sie den Namen auf einen Zettel und sie bekommen die Adresse Oder wenn sie wissen, dass der Gesuchter in Wien wohnhaft ist, schlagen sie ihm in Lehmann nach Das ist ein Adressbuch, nehme ich an? Ganz recht, Herr Professor, es ist das Wiener Adressbuch schlechthin Kommt aber leider aus dem Leitkampfverlag in Graz, in der Steiermark Und wo finde ich einen solchen Lehmann, Herr Franz? Hier bei mir Landbrunner, Landgren, Landmann, Landner, Landowski, Landsmann, Landsmann, Landsbrot Landsteiner, Karl, Doktor Meht, das ist er Ja Lazarettengasse, da wohnt er Holmes blätterte noch eine Weile in dem Buch, um es dann scheinbar unverrichteter Dinge zurückzugeben Und er bat sich ein Telegrammformular, mit dem er uns für denselben Abend bei dem Herrn Doktor anmeldete Dann bestellten wir in dem prachtvollen Speisesaal erst einmal ein opulentes Abendessen Um gewappnet unserem Auftrag in Wien ins Auge sehen zu können Und schon war es Zeit, aufzubrechen Eine Kutsche, die hier Fiaka heißt, brachte uns in gemächlichem Tempo zum gewünschten Haus Hier wurde eingebrochen Am linken Fenster ist anstelle der eingeschlagenen Scheibe neben dem Griff eine Holztafel eingesetzt Vielleicht war es auch nur ein Missgeschick der Bedienerin Wie sagt man hier, der Lurchkatz? Guter Watson, immer nur das Beste annehmend So bin ich eben, Holmes Ist doch nicht schlimm, oder? Schließlich sind Sie der Detektiv und müssen misstrauisch sein Hören Sie, jemand spielt Klavier Die Klaviermusik brach ab, als Holmes den Klingelzug betätigte Ein hühnenhafter Mann, etwa 30 Jahre alt, mit durchdringenden Augen, unter buschigen Brauen und einem Schnauzbart mit herabhängenden Enden, öffnete uns Der Hausherr selbst Herzlich willkommen, meine Herren Landsteiner heiße ich Treten Sie ein Sein Händedruck war von einer schmerzhaften Festigkeit, fast wie der von Tiggel Landsteiner führte uns in einen Salon, in dem ein riesiger Bechsteinflügel mit geöffnetem Deckel stand Danke, Herr Professor Wurde Ihnen etwas gestohlen? Nein, nicht der Rede wert Sie haben meine Papiere durchgewühlt, aber die kann eh keiner lesen Meine Bojana hat Sie rechtzeitig gestört Da sind's ausgewichst Abgehauen Aber das soll den gemütlichen Abend nicht stören So, die Geigen geben's mir, bitteschön Vorsichtig legte er sie auf den Flügel Kaum hatten wir uns zu Tisch begeben, drückte Landsteiner eine elektrische Klingel, die aus dem Leuchter über dem Tisch hing Daraufhin erschien eine kleine, noch junge, aber durch ihre Umfänglichkeit sehr mütterlich wirkende Frau in schwarzem Kleid, mit weißer Schürze und einem Krankenschwesterhäubchen knickste und fragte etwas, das mit dem Wort Moschem begann Bojana kommt aus Böhmen Sie war's, die die Eintippler, äh, die Einbrecher verjagt hat Lassen Sie sich's schmecken Ich befand mich nach meiner zweiten Mahlzeit innerhalb von zweieinhalb Stunden in einem geradezu komatösen Zustand So war es mir sehr recht, als Landsteiner zum Flügel hinüberging und Holmes den Violinkasten reichte, während Bojana abtrug Was heutens vom Violinkonzert Nummer 3, D-Moll, von Max Pro? Holmes nickte Ein schönes Werk Dann stimmte er die geliehene Violine und spielte das Stück virtuos vom Blatt Landsteiner begleitete ihn Er brauchte keine Noten, sondern improvisierte die Begleitung, aber vollkommen unaufdringlich Es war so wundervoll, dass ich keine Sekunde geneigt war, meinem vollen Magen nachzugeben und die Augen zu schließen Bravo Er trat zum Bücherschrank, öffnete die Tür und räumte ein ganzes Brett mit medizinischer Literatur leer Dahinter kam eine Reihe Zeitschriften zum Vorschein, an deren bläulichen Umschlägen ich das Strand-Magazin erkannte Mein geheimes Laster, Kollege, braucht ja niemand zu wissen Skandal in Böhmen, wenn Sie es mir signieren täten, hier haben Sie eine Feder Dr. Landsteiner zum Dank für ein vortreffliches Mal und ein meisterhaftes Konzert, schrieb ich, wegen meiner unsicheren deutschen Rechtschreibung vorsichtshalber auf Englisch Zum Schluss setzte ich noch meine Unterschrift und das Datum hinzu Der Rest des Abends bestand aus Fachsimpelei über Blut und Sehren, die meistenteils von Sherlock Holmes und dem Doktor bestritten wurde Ich hielt mich im Bewusstsein, nur geringe Kenntnisse auf diesem Gebiet zu besitzen zurück Wie oft nahm die Polizei schon Menschen mit blutbefleckter Kleidung in Gewahrsam, konnte sich aber nicht sicher sein, ob sie in der Tat einen Mörder vor sich hatte Das Blut konnte Tierblut sein, von dem betreffenden Selberstamm oder von einer anderen Person Immer muss umständlich durch Indizien bewiesen werden, ob und welche Schuld hier vorliegt Ein wissenschaftlicher Beweis wäre ein Segen Sehen's meine Herren, das denke ich auch Aber von der Kriminologie einmal abgesehen, wenn man Kranken damit helfen kann, das wäre auch nicht schlecht Eines Tages wird es dem Arzt nämlich möglich sein, dem Patienten zu sagen Zeig mir dein Blut und ich sag dir, was dir fehlt Ich will nicht zu viel versprechen, aber dann wird es möglich sein, das menschliche Blut zu kartografieren Wie man den Ozean kartografiert oder die Wüste oder den Himalaya Und man wird sagen können, hier ist eine Abweichung von der Norm, die den Patienten krank macht Der Tag ist nicht mehr allzu fern, da bin ich ganz optimistisch Es ist ein relativ einfaches serologisches Problem, nur lösen muss man's halt noch Ich fürchte, Professor, es gibt jemanden auf der Welt, der dieses Problem schon weitgehend gelöst hat Aber er ist ein Verbrecher Ich könnte mir denken, dass er auch hinter dem Einbruch in ihr Arbeitszimmer steckt Das ist der Lauf der Wissenschaft, Mr. Holmes Der eine forscht jahrzehntelang und bringt's zu nichts Und ein anderer braucht nur seine Nase in die Materie zu stecken und findet alles auf Anhieb wie von selbst heraus Da kann man nichts machen Aber erzählen's doch, wer ist der Glückliche? Holmes skizzierte ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit den groben Zügen unseren aktuellen Fall Und erwähnte auch die Methoden, mit denen Antonewski, dessen Namen er allerdings nicht nannte Seinen Sohn und seine Tochter von der Hypatrichose zu heilen versuchte An Ihrer Theorie ist etwas dran, Mr. Holmes Da scheint mir ein wahrhaftig Verrückter am Werk zu sein Vielleicht waren die Einbrecher tatsächlich hinter meinen Forschungen her Aber wie gesagt, lesen kann nur ich meine Schrift Und das auch nicht einmal immer Aber ich werde mich umhören Wenn ich etwas erfahre, telegrafiere ich Ihnen Nehmen Sie sich in Acht Die Sache scheint mir gefährlich Na, der Kollege Watson hat ja sicherlich seinen Weibli dabei Ich nickte, musste aber im Stillen daran denken, dass die Waffe wohlverschlossen im Koffer im Hotel Rottensteiner lag Es war spät in der Nacht, oder besser früh am Morgen Als wir Landsteiners von Zigarren und Pfeifenrauch geschwängerte Räume nach einem herzlichen Abschied verließen Das war's für heute ist es, dass die Waffe wohlverschendte Räume nach einem herzlichen Abschied Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hatte wenig Erholung gefunden, da musste ich auch schon wieder aufstehen. Holmes' energisches Klopfen weckte mich aus meinen wilden Träumen. Wie immer bester Laune wollte er mich zum Frühstück abholen. Rasch erledigte ich die Morgentoilette. Ich musste meine zerzausten Haare nur mit etwas Pomade bändigen, dann konnte der Tag beginnen. Wir haben noch etwas Zeit, Watson. Mycrofts Wiener Vertrauensmann Oberst Neuntlinger erwartet die Herren Riemann und Moser aus London erst um 10 Uhr in der Hofburg. Das Evidenzbüro verfügt, wenn man meinem Bruder Glauben schenken darf, über keinerlei Eigenräumlichkeiten zum Empfang von Besuchern. Riemann und Moser? Sie wissen doch um Mycrofts pathologische Geheimnistuerei. Wenn dieses Evidenzbüro über keine eigenen Räumlichkeiten verfügt, bleibt uns wenigstens ein so ungastliches Besucherzimmer erspart, wie es der Diogenes-Club sein Eigen nennt. Und die Hofburg gehört zu den Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben muss. Nach dem Frühstück brachte uns ein Fiaker zum Regierungsviertel. Unser Ziel, das Hofkriegsratsgebäude, lag am Hof, in unmittelbarer Nähe der Hofburg und aller wichtigen Ministerien, nur unweit vom Stephansdom. Wir waren erstaunt, dass wir einfach in den Hof eines solch wichtigen Gebäudes hineinmarschieren konnten. Erst an einem Portal stand ein Posten. Riemann und Moser, zu Oberst Neuenglinger, bitteschön, stellte uns Holmes wie immer in bestem Deutsch, aber mit falschen Namen vor. Weniger Augenblicke später erschien ein Offizier hinter der Tür. Die Herrschaften Riemann und Moser, Herr Leutnant, meldete der Posten. Zum Herrn Oberst, der Leutnant nickte. Wir wurden über eine steinerne Treppe zu einer Tür geführt. Der Leutnant klopfte und meldete uns an. Bitteschön, treten Sie näher. Nun, Ihnen gefällt es ja anscheinend bei uns in Wien. Sie scheinen ja heute Morgen ein inniges Rencontre mit einem Moor im Hemd gehabt zu haben, wenn ich so sorgen darf. Wie meinen, Herr Oberst? Moor? Neger? Nein, Dr. Watson. Wenn Sie bei uns Neger sind, sind Sie pleite. Das wollen wir doch nicht hoffen. Ein Moor im Hemd ist ein Schokoladenkuchen mit Schokoladensauce und Sahne, von denen ich noch Reste in Ihrem Schnurrbart, an Ihrem Kragel und sogar am Stietzall erkennen kann. An der Manschette Ihres Oberhemdes. Von der Weste ganz zu schweigen. Elementar, würde unser Mr. Holmes hier sicher jetzt sagen. Holmes nickte anerkennend und ich gab mich geschlagen. Offenbar verfügte auch die österreichische Armee über Beobachtungstalente vom Schlage meines Freundes. Ein kleines Hobby von mir. Aber lassen wir das. Ich glaube, ich habe interessante Neuigkeiten für Sie, meine Herren. Kommen Sie rein, Pospisil. Hauptmann Pospisil, meine rechte Hand. Sherlock Holmes und Dr. Watson aus England. Der Hauptmann salutierte und schüttelte uns die Hände. Hauptmann Pospisil ist Böhme. Anscheinend sollte das seinen Akzent erklären. Er hat wichtige Entdeckungen gemacht. Eigentlich sind wir ja nur für serbische Nihilisten und ungarische Diversanten in den Reihen der K&K-Armee zuständig. Aber der Name Ihres Herrn Bruders, Mr. Holmes, ist so gewichtig, dass wir da eine Ausnahme gemacht haben. Nicht wahr, Pospisil? Gehorsamst das ja. Ja, dann rapportieren Sie, nur keine Angst. Also, wir haben uns umgehört, vor allem bei der fremden Polizei. Die von Ihnen gesuchten Personen sind mit dem Circus Royal aus England gekommen. Der Circus löste sich in Wien auf und die Gesuchten zogen dann in das Palais Walderchow. Das Palais wurde von einem verdächtigen Subjekt aus Russland angemietet, das seit her unter Beobachtung steht. Trichinin heißt der Bankert. Ein ganz schöner Chalotri. Schürzenjäger. Klein, aber so breit. Und raucht wie ein Schlot. Verzeihung, Herr Oberst. Schon recht. Pospisil meint, dass ich selber qualme wie eine Esse. Gehorsamst das ja. Einige der Artisten des Circus Royal treten jetzt im Etablissement Ronacher in der inneren Stadt auf. Zwischen Himmelpfotgasse, Seilerstätte und Schellinggasse. Pospisil berichtete noch einige Dinge von geringerem Belang. Dann schaute er uns erwartungsvoll an. Ich denke, dass ich mich zunächst einmal unter den Artisten des Etablissements umhören werde. Vielleicht werde ich mich selber als Artist ausgeben und dann werden wir uns das Palais Walderchow annehmen. Neuntlinger griff zu einem Köhl, der an seinem Schreibtisch lehnte und trat zu einem Stadtplan, der mit Reißbrettstiften an der Wand befestigt war. Es befindet sich genau hier. Können Sie es überwachen lassen, Herr Oberst? Bedauere, aber dazu fehle mir die Leid. Wir sind insgesamt nur zwölf Mann. Schreibstuben, Hengste, wenn's verstehen. Innendienst. Seltens operative Einsätze. Ich verstehe. Aber wir können im Ernstfall auf Sie zählen. Nur selbstverständlich, Mr. Holmes. Ruf uns einfach an. Meine Nummer ist leicht zu merken. Dreimal die Sex. Ein für wahr satanischer Einfallen, Herr Oberst. Nicht wahr? War aber nicht meiner. Das Wiener Telefonamt scheint sich einen kleinen Scherz mit uns erlaubt zu haben. Mir ist es allerdings wurscht. Gleichgüttig. Setzte er erklärend hinzu, weil er sich denken konnte, dass Holmes und ich unter Wurst etwas Essbares verstehen würden. Dann dürfen wir uns bedanken und Ihnen ein herzliches Servus zu rufen, Herr Oberst, Herr Hauptmann. Nachdem wir den Salud der beiden entgegengenommen hatten, verließen wir das Amt. Übrigens heute Abend dirigiert Gustav Mahler in der Hofoper Wagners Lohngreen. Interesse? Holmes, die Abende in Wien sind doch so schön. Sollte man sie sich wirklich dadurch verderben, dass man zuhört, wie sich bärtige Heldentenöre und dicke Sopranistinnen vier oder fünf Stunden lang aus vollem Halse ansingen? Wenn Sie erlauben, werde ich mir dieses Ereignis nicht entgehen lassen. Bis dahin werde ich mich ein wenig unauffällig unter die Artisten in diesem Etablissement mischen. Wir sehen uns dann im Hotel. Bei der Rücke ins Hotel übergab mir Herr Franz einen Brief, auf dem lediglich mein Name stand. Neugierig riss ich ihn auf. Verehrter Dr. Watson stand da in einer zierlichen, eleganten Frauenschrift. Bitte kommen Sie in einer lebenswichtigen Angelegenheit um 16 Uhr vors Café-Restaurant Frauenhuber in der Himmelpfortgasse. Sagen Sie aber um Himmels Willen kein Wort zu Sherlock Holmes, Irene A. Ich dankte und ging aufs Zimmer. Das war merkwürdig. Bei Irene A. konnte es sich nur um Irene Adler handeln, jene amerikanische Opernsängerin, von der Sherlock Holmes stets nur als »der Frau« sprach. Mein erster Gedanke beim Lesen war, das ist eine Falle. Dann aber beruhigte ich mich mit dem Gedanken, dass Irene Adler mit dem vorliegenden Fall absolut nichts zu tun haben konnte. Ich schrieb auf eine leere Seite meines Notizbuches die kurze Notiz ab 16 Uhr auf einen Einspänner im Café Fraunhuber, Himmelpfortgasse, W. Ich riss das Blatt heraus, steckte es in einen Umschlag mit dem Aufdruck unseres Hotels, schrieb nach Holmes Namen darauf und übergab ihn Herrn Franz zu treuen Händen. Dann machte ich mich wieder auf den Weg durch das sommerliche Wien. Draußen erblickte ich eine geschlossene Kutsche. Würde Holmes darin sitzen und mich gleich tüchtig ausschimpfen, weil ich einfach ins Kaffeehaus entwichen war? Oder Irene Adler, die aus mir noch unbekannten Gründen nicht persönlich ins Fraunhuber hatte kommen wollen oder können? Letzteres schien der Fall zu sein, denn als ich den Schlag öffnete, erblickte ich in der Kutsche eine verschleierte Dame. »Irene?«, fragte ich. Da stieß mich eine grobe Hand von hinten in die Kutsche, die sofort raternd losfuhr. Ich fiel vor der verschleierten Dame auf die Knie, doch ehe ich mich wieder aufrappeln konnte, drückte sie mir ein feuchtes Tuch aufs Gesicht. Ich erkannte eindeutig den Geruch von Chlorophon. Als ich wieder erwachte, war es dunkel und kalt um mich. Ich klappte das Glas meiner Uhr auf und tastete nach den Zeigern. Sie standen auf kurz nach zehn. Wahrscheinlich Nacht, dachte ich, aber infolge der Dunkelheit um mich konnte ich das natürlich nicht genau sagen. Systematisch tastend begann ich, den Raum zu untersuchen. Er maß sechs Schritte im Gefiert und hatte zwei Türen. Hinter einem schweren, staubigen Samtvorhang vermutete ich ein Fenster. Die eine größere Tür war verschlossen, die andere schmälere führte in eine kleine Kammer. Ich beschloss, ein Streichholz zu opfern, um sie genauer in Augenschein zu nehmen. Das Flämmchen brannte gerade hell genug, dass ich einen Waschtisch mit einer Waschschüssel und einem Wasserkrug, eine Zinkwanne in der Mitte des Raumes und einen Leibstuhl erkennen konnte. Das war also das Bad. Kein schlechtes Zeichen. Denn hätten meine Entführer geplant, mich in Bälde umzubringen, hätten sie mich wahrscheinlich nicht derart komfortabel untergebracht. Wie fast alle ehemaligen Soldaten finde ich nahezu überall und zu jeder Zeit Schlaf. Schlafen im Liegen, Sitzen oder Stehen lernt man im Krieg als erstes. Jede Sekunde Schlaf ist kostbar und kann helfen, das Leben zu verlängern. Ein paar Minuten lauschte ich noch der Stille, die mich umfing und die ich nicht als bedrohlich, sondern eher als wohltuend empfand. Dann dachte ich, dass Holmes mich ganz bestimmt finden würde. Mit diesen Gedanken muss ich eingeschlafen sein. Ein Geräusch an der Tür weckte mich. Jemand drehte den Schlüssel herum. Ich war sofort hellwach. Ein unrasierter Mann in europäischer Kleidung mit einem Schnauzbart und einer qualmenden Zigarette im Mundwinkel trat ins Zimmer. Der Besucher wurde von einem vierschrötigen Mann begleitet, der wie ein Cossack gekleidet war und ebenfalls einen Schnauzbart trug. Der Anblick dieses Mannes war sehr vielversprechend, denn er hielt ein Tablett mit allem, was zu einem guten Frühstück gehörte, in den Händen. Ich, Trichinin, Alexej Nikolaevich. Willkommen hier. Da ist Frühstück. Guten Appetit. Was? begann ich, doch die Tür fiel bereits wieder zu und der Schlüssel drehte sich im Schloss. Gegen neun Uhr, ich war schon eine Weile fertig mit dem Essen, erschien Trichinin wieder. Ah, du fertig. Mitkommen. Ich versuchte ihm auf Deutsch zu antworten. Wo ich bin hier? Warum ich bin Gefangener? Ich bin britischer Staatsbürger. Ich verlange... Mitkommen. Nein, wiederholte Trichinin nur. Wenn das die Männer waren, die Homes am Hafen überfallen hatten, schien es mir nicht angeraten, sofort einen Raufhandel mit ihnen zu beginnen. Und da der Klügere ja bekanntlich nachgibt, gehorchte ich und folgte dem Russen. Wir durchschritten einen langen Gang und kamen dabei an etlichen Türen vorbei. Die Wände des Ganges zierten Gobelins, Gemälde von reizenden Damen mit Allonge, Perücken und tiefen Dekolletes und von grimmigen, bärtigen Männern in Harnischen mit Helmen auf dem Kopf und Schwertern oder Streitexten in Fäusten, die in eisernen Handschuhen steckten. Trichinin öffnete einen Flügel und befahl mir, mit einem seitlichen Nicken des Kopfes hineinzugehen. Ich betrat einen hell erleuchteten Bibliotheksraum. In der Mitte des Raumes stand ein Wesen, das dem Wehrwolf glich, der mich in der Baker Street heimgesucht und den ich später auf dem Obduktionstisch von Dr. Galsdale wiedergesehen hatte. Miss Marie Lupe, vermute ich, fragte ich höflich in meiner Muttersprache. Ganz recht, Dr. Watson. Herzlich willkommen. Und verzeihen Sie bitte alle Unannehmlichkeiten, die wir verursacht haben. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Jetzt antwortete sie ebenfalls auf Englisch, ohne den mindesten fremden Akzent. Danke. Ich möchte Ihre Zeit jedoch nicht lange in Anspruch nehmen und denke, ich sollte nun aufbrechen. Ich wandte mich um, doch da stand der Kosak, der mir das Frühstück gebracht hatte mit verschränkten Armen. Oder war es ein anderer, der ihm ähnlich sah? Wie auch immer. Seine Mine deutete an, dass er nicht gewillt war, mich vorbeizulassen. Nun, auf ein paar Minuten wird es vielleicht nicht ankommen. Sehr vernünftig, Dr. Watson. Antonewski würde Sie nämlich sehr gerne persönlich kennenlernen. Ich sehe ihn nirgends. Warten Sie bitte eine Sekunde. Er wird gleich kommen. Ich höre ihn schon. Dann bewegte sich die Klinke nach unten. Die Tür öffnete sich mit einem lauten Knarren und darin erschien auf einen Gehstock gestützt ein uralter Greis. Er hatte langes, weißes Haar, einen wirren Rauschebart und trug einen altmodischen Gehrock. Sein Gesicht war käsig weiß, wie bei einem lange Jahre eingekerkert. Der Mann litt ganz offensichtlich unter Palilali, wie wir Mediziner das nennen, dem krankhaften Zwang, Worte zu wiederholen. Als er sich langsam auf einen Stuhl auf seiner Seite niederließ, tat ich es ihm nach. Alexei Nikolaevich Trichinin haben Sie ja schon kennengelernt. Er ist auch Russe. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Palais Walderhof, meinem derzeitigen Quartier. Ich möchte mich auch für das Ungemach entschuldigen, das wir Ihnen bereitet haben. Bitte, bitte. Das macht fast gar nichts. Oh, so schön, dass Sie es sportlich sehen, Dr. Watson. Der Doktor wollte gerade gehen. Nun ja, das geht leider nicht, lieber Doktor. Geht gar nicht. Ich will Ihnen auch den Grund dafür mitteilen. Ich brauche Ihre kollegiale Hilfe. Wie Sie sehen, kann ich selbst nicht mehr praktizieren, äh, praktizieren. Ah ja. Dieser verdammte Tremor, dieser verdammte Tremor. Ich war nicht sicher, ob Sie einer einfachen Einladung freiwillig Folge geleistet hätten, mein Lieber. So? Gar nicht sicher. Sie ließen sich ja schon in London nicht zu einer Kontaktaufnahme hinheißen. Obwohl Mary Lupe doch eine so interessante Nachricht für Sie geschrieben hatte. Nicht wahr, mein Kind? Eine so interessante Nachricht. Eine interessante Nachricht. Sie meinen dieses Schreibheft? Das wurde verdorben, als der Überbringer in die Temse fiel. Da, da, Wolfert, ja. Mein Sohn hat alles vermasselt mit seinem Mietzorn. Ich habe ihn gesehen, im Leichenschauhaus, mit einem Giftpfeil betäubt, ins Wasser geworfen und ertrunken. Wir mussten ihn verfolgen und bestrafen, streng bestrafen. Nun aber muss ich Sie in Ihre neuen Aufgaben einweisen, gründlich einweisen. Begleiten Sie mich doch bitte, bitteschön, in mein Laboratorium. Treten Sie ein in mein Reich. Sie werden begeistert sein. Mit einer Armbewegung forderte mich Trichinin auf Andriniewski zu folgen. Ich ging um den Tisch herum an Mary Lupe vorbei und schritt hinter dem alten Mann mit seinem schleppenden Gang her. Sein sogenanntes Reich war ein hoher, dunkler Raum, der erst hell wurde, als Andriniewski elektrische Lampen einschaltet. Hier standen noch mehr Bücher an den Wänden. Auf einem riesigen Tisch an der Wand lagen weitere aufgeschlagene Bücher. Und dort standen auch Mikroskope, Bunsenbrenner, elektrische Geräte und andere medizinische Gerätschaften. Holla entfuhr es mir, als ich vor einem übermannshohen Glasbehälter stehen blieb, in welchem in einer milchig-trüben Flüssigkeit zwei menschliche Gestalten trieben. Fast wirkten sie, als ob noch Leben in den Gliedern wäre, was angesichts der Flüssigkeit aber unmöglich war. Ein lebender Mensch wäre längst ertrunken. Das soll die Krönung meines Lebens werden, Dr. Watson. Das hier wird das neue Heim meiner Seele werden. Duscher, die Seele. Duscher, Seele. Ich werde sozusagen neu geboren werden. Der andere dort drüben wird nicht mehr und nicht weniger als der neue Mensch werden. Ich habe für die optimalen, sagen wir, Zutaten gesorgt. Die Hände eines Pianisten. Das Herz eines Sportlers. Von allem nur das Beste. Das Beste. Allerdings ist sein Schädel bis jetzt leer. Denn es fehlt noch das Gehirn. Mir kam ein entsetzlicher Verdacht. Wollte er womöglich meines? Keine Sorge, Dr. Watson. Keine Sorge. Ihr Gehirn bleibt ganz und gar in Ihrem Besitz. Dort, wo sie gebraucht wird. Ich werde vielmehr das beste, genialste Gehirn der Welt bekommen. Das beste Gehirn, das die menschliche Gattung je hervorgebracht hat. Das Gehirn von Sherlock Holmes. So wie ich ihn kenne, wird er es wohl nicht kampflos hergeben. Das ist mir bereits aufgefallen. Aber so wie Sie zu mir gefunden haben, wird auch Sherlock Holmes zu mir finden. Chaché la femme, wenn Sie verstehen. Ich nickte nur und überlegte, ob und wie ich Sherlock Holmes warnen konnte. Mir fiel jedoch auf die Schnelle nichts ein. Darf ich fragen, wozu ich eigentlich hier bin, wenn Sie schon mein Hirn verschmähen? Sie sind hier aus zweierlei Gründen, zweierlei. Damit Sherlock Holmes auch wirklich hierher findet. Sie sind sozusagen meine Lockspeise. Und außerdem brauche ich Ihre kollegiale Hilfe. Sie müssen die Extirpation von Holmes' Gehirn und die anschließende Implantation vornehmen. Ich? Niemals. Seien Sie doch nicht gleich so ablehnend. Ihnen wird die Chance geboten, an einer der wichtigsten Operationen der Medizingeschichte teilzunehmen. Ewiger Ruhm wird Ihnen sicher sein. Weltruhm. Ziehen Sie bitte einen Kittel an. Einen Kittel an. Ich werde Sie jetzt in die Operationstechniken einführen. Opponieren Sie nicht. Sonst werden Trichinin oder sein Corsak. Sie ein wenig williger stimmen. Obwohl Trichinin's zerstreutes, zustimmendes Nicken nicht sonderlich bedrohlich wirkte, machte es mir doch die Zwecklosigkeit jedes planlosen Widerstandes klar. Also gab ich nach und zog einen Kittel an. Trichinin half mir, ihn am Rücken zuzuknöpfen und anschließend auch beim Desinfizieren. Weil er selbst dabei nicht vom Rauchen seiner stinkenden Papyrosi lassen konnte, warf ich ihm einen missbilligenden Blick zu. Wir werden jetzt den Austausch der Gehirne wüben. Erst einmal am Totenobjekt. Am Totenobjekt. Das Problem ist, wie Sie sich sicher denken können, nicht das Öffnen des Schädels und die Extraktion des Gehirns, sondern das Wiedereinsetzen in das Kranium und das Verbinden der Nerven. Der Nerven. Das muss ein paar Mal gemacht werden, bevor es funktioniert. Ich kann es nicht mehr. Mein Tremor, das wird Ihre Aufgabe sein. Ihre Aufgabe sein. So machte ich gute Miene zum bösen Spiel und ließ mich in die Gehirnoperation von Schweinen einweisen. Meine Hauptarbeit, mein Militär, hatte im Amputieren zerschossener Gliedmaßen bestanden. Abschneiden ist immer leichter als wieder zusammensetzen. Das musste ich hier erneut erfahren und ich kam mir wie ein Anfänger vor. Wie ein Metzgerlehrling. Sie lernen schnell, Dr. Watson. Ich fühlte mich am Ende meiner Kräfte. Machen wir für heute Schluss, mein Freund. Ich sehe, ich habe mit Ihnen keine schlechte Wahl getroffen. Noch ein, zwei Übungstage und wir können uns an das große Werk begeben. Werk begeben. Trichinin führte mich hinaus, nicht ohne einen langen, kritischen Blick auf die Instrumente geworfen zu haben. Offenbar zählte er sie nach. Marie Lupe brachte mir das Essen, sah mich traurig an, streckte unentschlossen die Hand aus, als wollte sie meine Wange berühren, ließ sie dann aber wieder sinken. Morgen, seien Sie bereit. Wofür? Schlafen Sie gut, Dr. Watson. Aber verlassen Sie um keinen Preis der Welt diesen Raum. Ich kann sonst für nichts garantieren. Der Corsak, verstehen Sie? Für einen kurzen Moment hoffte ich, sie würde mich besuchen kommen. Doch sie legte den Zeigefinger an den Mund, um mir schweigen zu gebieten, und ging hastig hinaus. Dann wurde der Schlüssel abgezogen, und ihre Schritte entfernten sich. Als ich meine Bettdecke aufschlug, fand ich ein Skalpell darin. Nun gut, es war rostig, aber immerhin ein Skalpell. Als ich es in das Licht der Kerze hielt, bemerkte ich, dass jemand versucht hatte, es an einem Wetzstein zu schärfen. Am nächsten Morgen führte mich Trichinin wieder in das Operationszimmer. Das Skalpell steckte im Futter meines Jackenärmels. Ich konnte es durch ein kleines Loch leicht herausziehen. Wir haben heute Großes vor, Herr Kollege. Chir ist unser erster Patient. Er zog eines der beiden Tücher weg. Darf ich Ihnen Igor vorstellen? Wie bitte? Er ist in einer meiner Sternstunden entstanden. Entstanden, Igor. Voller Entsetzen blickte ich das Wesen an. Operationsnarben durchzogen seine Haut in alle Richtungen. Zwar standen seine Glieder in der rechten Proportion zueinander, aber die gelbliche Haut verdeckte nur notdürftig das Spiel der Muskeln und das Pulsieren der Adern. Quer über die grotesk hohe Stirn zog sich eine breite, mit grünem Wundzwirn vernähte Wunde. Der geöffnete Schädel des Wesens war mit dem viel zu großen Schädeldach eines anderen Menschen geschlossen worden. Erschrecken Sie nicht, Kollege. Igor ist ein Prototyp. Im Großen und Ganzen ist er hervorragend gelungen. Alle organischen Funktionen lassen nichts zu wünschen übrig. Lediglich das Hirn. Es ist ein bisschen verrückter, verrückter. Stammt von einem verstorbenen Gymnasialprofessor für Deutsch und Geschichte. Sprach anfangs nur Mittelhochdeutsch oder Latein. Das konnten wir ihm abgewöhnen. Das konnten wir ihm abgewöhnen. Aber bitte, ich... Jetzt redet er nur noch wie die Gestalten bei Goethe und Schiller. Ja, ja. Aber selbst das ist nicht zufriedenstellend. Wir haben viel besseres Material hereinbekommen. Einen neuen Patienten. Dr. Watson, wie ich Ihnen schon angekündigt habe, angekündigt habe. Sie kennen ihn gut. Damit zog er das Tuch auf dem zweiten OP-Tisch weg. Um ein Haar hätte ich laut aufgeschrien. Unter dem Tuch kam zum Vorschein mein Freund Sherlock Holmes. Bleich und mit entblößtem Oberkörper lag er da, wie das Ungeheuer neben ihm mit Lederriemen an der Unterlage fixiert. Und Sie glauben tatsächlich, ich würde das Gehirn meines besten Freundes herausnehmen und es Ihren neuen Menschen einsetzen? Ich riss mein Skalpell aus dem Ärmel, dass der Stoff krachte, packte ihn mit dem linken Arm um die magere Brust und setzte ihm die Klinge des Skalpells an den Hals, noch ehe Trichinin auch nur den Finger heben konnte. Halten Sie Ihren Russen zurück! Trichinin verharrte mit ratlosem Gesichtsausdruck mitten in der Bewegung. Nur seine unvermeidliche Zigarette glomm vor sich hier. In diesem Augenblick betrat Marie Lupe in Begleitung des Kosaken den Raum, der eine doppelläufige Flinte auf die Gruppe richtete. Sie selbst hielt eine Axt in der Hand. Wage es nicht, Andrineski! Trichinin rührt dich nicht! Was war das denn? Eine Revolution? Der Aufstand des Kindes gegen seinen Vater? Lassen Sie Andrineski los, Dr. Watson! Das geht nur Ihnen und uns etwas an. In Familienangelegenheiten sollen sich Fremde nicht einmischen. Dem Impuls, das Skalpell wegzuwerfen, widerstand ich. So rasch ich konnte und solange die Situation unübersichtlich blieb, befreite ich damit Holmes von seinen Lederriemen. Er lag noch in tiefer Ohrmacht. Während der Kosak Andrineski und Trichinin in Schach hielt, trat Marie Lupe an das Fußende des OP-Tisches und durchtrennte mit drei präzisen, ungemein kraftvollen Axthieben die Lederriemen um Handgelenke und Füße des Ungeheuers, das sofort das Tuch zur Seite warf und sich erhob. Das begleicht dem großen, bösen Riesen aus dem Märchenbuch meiner Kindertage, denn er überragte mich nicht um einen Kopf, sondern um mindestens zwei. Als seine riesige Faust Marie Lupe die schwere Axt entriss, wich Trichinin ängstlich einen Schritt rückwärts. Die Kinnladen des Monsters klappten auf und aus der dünnlippigen Öffnung drangen unartikulierte Laute, die wie eine Karikatur der menschlichen Sprache klangen. Du hast mir zu wenig Leben gegeben, Vater. Immer wieder zerfalle ich, aber immer wieder setzt du mich zusammen und wenn ich nicht gerade wieder sterbe, werde ich wie ein Tier in einem Verlies gefangen gehalten. Ich werde dich töten. Es ist besser, wenn Vater und Sohn gemeinsam zur Hölle fahren. Hat er mich gekannt, ehe er mich machte? Oder hat er mich gedacht, wie er mich machte? Oder hat er mich gewünscht, als er mich machte? Wusste er, dass ich werden würde? Ich möchte ihn dafür strafen, dass er mich gemacht hat. Andriniewski blieb ungerührt stehen. Seine bleichen, schmalen Lippen zu einem höhnischen Lächeln verzogen. Vater, gib mir mehr Leben, wie es einem wirklichen Menschen zukommt. Ich bin ein Mensch. Andriniewski verharrte unbeweglich, mit kalten Augen intensiviertes Zähne folgend. Und du schweigst. Du siehst zu, wie ich wieder in meine Einzelteile zerbreche. Und überlegst schon, was du beim nächsten Mal anders machen könntest, damit ich ein paar Tage länger über die Runden komme? Ist das alles? Andriniewski blieb die Antwort schuldig. Dann sollst du meinen Dank zu spüren bekommen, du stinkender Vater. Trichin ihn trat schützend vor seinen Herrn. Da traf ihm der Rücken der Axt am Kopf. Stumm kippte er zur Seite. Nun wird es uns alle töten, fuhr es mir durch den Kopf. Furchteinflößend war der Schatten der drohend erhobenen Axt. Andriniewski bewegte sich langsam rückwärts zur Tür. Da sauste auch schon die Axt herab. Sie traf aber nie. Ihr Schwung und ihr Gewicht waren vielmehr so groß, dass sie den Arm des Ungeheuers aus dem Schultergelenk riss. Einen Schweif von grünlich schimmerndem Blut hinter sich herziehend, flog der Arm noch immer den Stiel umklammernd wie ein Komet quer durch den Raum. Zwischen den beiden Männern grub sich das Blatt zitternd tief ins Holz der Tür. Die Hand an dem ausgestreckten, vom Körper getrennten Arm hielt den Stiel noch einen Moment lang umklammert. Dann erlärmte ihre Kraft. Der Griff lockerte sich und der Arm fiel zu Boden. Die leere Hand öffnete und schloss sich noch ein paar Mal im Krampf. Dann lag sie still. Blut begann in wahren Sturzbächen aus Igors Nase zu schießen, aus den Augen und aus den Ohren. Die Naht auf der Stirn brach auf und begann zu bluten. Schon hörte ich deutlich das Knirschen der Gelenke, als sich die Beine in grotesken Krümmungen verformten. Nach atemrängend krallte sich das Ungeheuer die unverbliebene Hand um den Hals, was aussah, als wolle es sich selbst erwürgen. Sich hin- und herwindend, stöhnend, schreiend und um sich schlagend, hauchte es seine Seele aus, so es eine besessen hatte. Während die übrigen, ich schließe mich nicht aus, noch vor grauen Starr umher standen, ließ Marie Loop sich nicht schrecken und zog, ehe jemand anderer daran dachte, die blutige Axt aus der Tür. Dr. Watson, wecken Sie Sherlock Holmes auf! Sie müssen von hier verschwinden! Das dürfte er nicht! Ich befehle es! Do und hob er seinen Stock, doch Marie Loop erwiderte die Geste mit ihrer Axt. Nun machen Sie schon, Dr. Watson! Ich regle das hier! Ich ergriff ein Gefäß mit der Aufschrift Aquatest und schüttete Holmes den Inhalt ins Gesicht. Er schlug die Augen auf. Alles wird gut, alter Junge. Ich bin ja da. Stehen Sie auf! Ich wickelte ihn in das weiße Tuch, das ihn bedeckt hatte, und halb ihm auf. Er schwankte so sehr, dass er sich am OP-Tisch festhalten musste. Gehen Sie, Dr. Watson! Wir werden das unter uns ausmachen. Ich! Nun gehen Sie schon! Seinen Arm um meine Schulter legend, begann ich, meinen Freund hinauszuschleppen. Was hinter mir geschah, wollte ich gar nicht mehr wissen. Ich versuchte, mich an die Lage des Treppenhauses zu erinnern. Den langen Gang mit dem Degenbrecher, den ich eigentlich als Waffe hatte gebrauchen wollen, fand ich rasch wieder. Dann fielen die elektrischen Lampen aus. Doch es wurde Gott sei Dank nicht völlig dunkel im Haus, sodass ich mich noch halbwegs orientieren konnte. Da ertönte hoch oben im Innern des Hauses eine Explosion. Jetzt musste ich bald den Ausgang finden, sonst würden wir an Rauchgasvergiftung sterben. Endlich hatte ich das Treppenhaus gefunden. Mehr fallend als gehend stolperten wir die Stufen hinab, und mehr als einmal drohte mein Freund hinzustürzen. Wenn er lieben geblieben wäre, hätte ich ihn wohl kaum mehr rechtzeitig auf die Füße heben können. Doch allmählich kehrte sein Bewusstsein zurück, und seine Schritte wurden kräftiger und exakter. Endlich standen wir vor dem Portal. Doch es war abgeschlossen. So sehr ich mich auch bemühte, ich bekam die Tür nicht auf. Schon bekam ich kaum mehr Luft. Wie sollte ich in der Eile einen anderen Ausgang finden? Meine Kräfte waren nahezu aufgebraucht. Panik stieg in mir auf. Mit der Faust pochte ich gegen das mit Eisen beschlagene Holz. Plötzlich stand Marie Luke neben uns. Mit der blutigen Axt in der einen, und Holmes' Inverness Cape mit dem Rest seiner Kleider in der anderen Hand. Einen Schlüssel hat nur Trichinin. Dann setzte sie das Blatt neben das gewaltige eiserne Schloss ins Holz und warf sich gegen den Stiel. Erst rührte sich das Tor nicht. Doch diese bedauernswerte Frau verfügte über riesige Kräfte. Auf einmal splitterte das Holz. Sie griff mit bloßen Händen in die entstandene Lücke und zog zitternd vor Anstrengung das Tor einen Spalt weit auf. Draußen war heller Tag. Frische Luft strömte uns entgegen. Nie war mir Luft so köstlich erschienen. Vor dem Tor standen Neuntlinger und ein Gendarm, der Holmes gerade noch auffing. Neuntlinger blickte erschrocken an mir vorbei. Er hatte Marie Lupe gesehen und rief so etwas wie Gruzinesa. Alles, alles in Ordnung. Das ist, das ist... Die böse Maria Wolf. Ich muss zurück. Leben Sie wohl, Dr. Watson. Nicht! Bleiben Sie doch! Sie blickte mich noch einmal traurig an. Dann war sie in dem Gebäude verschwunden. Ich schaute nach oben. Einige Scheiben waren zerborsten. Flammen schlugen aus dem Gebäude heraus. Eben ließ die Hitze eine weitere Fensterscheibe über unseren Köpfen zerspringen. Glas fiel herab. Ich packte Holmes' Kleiderbündel und versuchte, so schnell es ging, ihn von den Mauern weg zu zerren. Schneller greifen, Dr. Hurtig! Auf der untersten Stufe der Vortreppe, direkt an der Straße, ließen wir uns nieder. Rufen Sie die Feuerpolizei, Matthauschek. Suchen Sie einen Brandmelder oder ein Vierteltelefon. Brandmelder oder Vierteltelefon. Jawohl, Herr Oberst. Was war denn das? Dr. Andrzejewskis Tochter. Sie leidet unter krankhafter Behaarung. Sonst ist sie sehr intelligent und gebildet. Sie hat Holmes und mich befreit. Aber wie kommen Sie so schnell hierher? No, Mr. Holmes wurde in der Hofoper während des Lohngrehen aus seiner Loge entführt. Als er eine Verabredung mit uns nicht einhielt, habe ich festgestellt, dass auch Sie abgängig waren. Da bin ich zu meinem Studienkollegen, dem Polizeikommissär vom 8. Revier, gegangen. Der hat mir ein paar Gendarmen schickt. Mit denen sind wir hierher. Eigene Leid haben wir ja leider nicht. Aber wir wussten ja, wo es ist. Wir hätten Sie jetzt befreit. Davon bin ich überzeugt. Holmes' Regsamkeit schien langsam wieder zu erwachen. Allmählich füllten sich seine Augen wieder mit Leben. Ein kräftiger Schluck aus meiner Taschenflasche tat ein Übriges. Sind wir vor Andrzejewskis Palais? Diesem Walderhof? Gott sei Dank. Da sind Sie ja wieder. Ja, das ist das Palais Walderhof. Und was ist da drin passiert? Wieso brennt es? Sagen wir es so. Die Kreaturen der Hölle veranstalten einen Hexenservant. Watson, Watson. Immer romantisch. Aber im Ernst, was ist passiert? Während ich ihm einen knappen Bericht über die Ereignisse gab, half ich ihm beim Anziehen. Dann schnürte ich ihm noch die Schuhe zu. Auf einmal erklangen von überall Herr Glocken. Der Feueralarm. Der Matoschek hat alarmiert. Ja, da ist er schon. Matoschek kam außer Atem im Laufschritt zu uns zurück und nahm abwartend Haltung vor Neuntlinge an. Gleich werden's mit den Spritzenfjorkern hier sein. Denn wird's ja feuchtfröhlich. Kommen's mit. Zwei Omnibusspritzen wurden vierspännig von Pferden gezogen. Dann kam ein Dampfspritzenwagen. Ferner eine zweispännig gezogene Maschinenleiter. Und den Abschluss bildete ein Hydrofor mit Pumpenschwängeln, wie ich sie auch aus England kannte. Uniformierte Männer mit schwarzen Lederhelmen und Nackenschilden sprangen herunter und nahmen in militärischer Reihe Aufstellung. Als ein Feuerwehroffizier auf uns zukam, ging ihm Neuntlinger ein Stück entgegen. Man salutierte und sprach miteinander. Neuntlinger schüttelte mehrmals den Kopf. Der Feuerwehroffizier nickte, wandte sich um und gab einen Befehl. Dann begannen die Löscharbeiten mit einer Präzision, für die ich nur Bewunderung empfand. Ich will den Hörern nicht mit einem Bericht über die Rekonvaleszenz meines Freundes. Sie machte so rasche Fortschritte, dass wir bereits nach einer Woche die Heimreise nach London antreten konnten. Landsteiner, dessen Essensgäste wie in der zurückliegenden Woche so oft gewesen waren, dass sich meine Hose kaum mehr schließen ließ, begleitete uns persönlich zum Bahnhof. Ich hab da eine Theorie. Vielleicht ein bisschen spinnert, aber schau's doch einmal her. Landsteiner zog einen abgewetzten Taschenkalender hervor, malte etwas auf das Blatt, riss es heraus und hielt es uns hin. W vor K wird im Slawischen wie F ausgesprochen. Und dann muss man nur gut schütteln. Frankenstein. Schau's, es passt ganz genau. Der Name ist ein Anagramm. Und Sie glauben nun, er wäre Viktor Frankenstein der Dritte oder Vierte? Von der Hand zu weisen ist es aber nicht. Dr. Landsteiner, ich bin Ihnen dankbar für alles, was Sie für mich getan haben, aber das geht zu weit. Frankenstein ist die Erfindung einer exaltierten Autorin. Nichts weiter. Frankenstein gab es nicht, gibt es nicht und wird es nie geben. Und das Ungeheuer, von dem Dr. Watson erzählt hat? Das sich selber auseinandergerissen hat? Ist verbrannt. Die Wiener Brandpolizei konnte bekanntlich nur die Knochen eines hochgewachsenen Mannes bergen. Dabei sollten wir es belassen. In aller Freundschaft. Wie Sie meinen, Mr. Holmes. Also dann, lieben Sie wohl. Sie auch, Professor. Und danke für alles. Holmes lupfte etwas kühl seine Mütze. Ich dagegen schüttelte dem Arzt mit verschwörerischem Grinsen noch einmal herzlich die Hand. Mit gewohnter Festigkeit erwiderte er den Händen. Bei unserer Rückkehr nach London fanden wir einen Brief aus Merthyr Tidful von Robert Chewler vor. Er schreibt, der Verdacht gegen ihn habe sich infolge unseres Eingreifens zerstreut und dankt uns vielmals für unsere Mühe. Als kleines Zeichen seiner Wertschätzung und zur Deckung unserer Unkosten füge er einen Scheck bei. Oh, Donnerwetter. Seine Dankbarkeit muss beträchtlich sein. Er hielt mir den Scheck hin. Denn normalerweise oblagen Scheck-Einreichungen mir. In dem Paket, das ich aus Wien mitbrachte, befand sich Casimiro Castros meisterhafter Akt von Maria Jesus de la Escosura. Die Wiener Brandpolizei hatte das Gemälde wohl verpackt im Palais Walderhof geborgen. Und Neuntlinger hatte es mir mit allerhöchster Billigung der kaiserlich-königlichen Behörden zu treuen Händen bis zum Wiederauftauchen der Besitzer mitgegeben. Als Lestrade eine Woche nach unserer Rückkehr Holmes einen Genesungsbesuch abstattete und das Bild von Marie Loops Mutter erblickte, bekam er regelrechte Stilaugen. Ein kleines Souvenir aus Wien. Äh, ich hatte eher den Eiffelturm erwartet. Wien, Lestrade, Österreich, Stephansdom, nicht Eiffelturm, der steht in Paris. Ein kleiner Scherz, Mr. Holmes, kleiner Scherz. Hier bitte, das schickt Ihnen meine Frau. Selbstgebacken. Mit den besten Wünschen für eine recht baldige Genesung. Anisgebäck? Richten Sie Ihrer Frau Gemahlin meinen herzlichsten Dank aus. Ihre kulinarischen Künste werden meine Genesung sicherlich aus trefflichste fördern. Das hoffen wir alle. Wie gut, dass es Ihnen schon wieder viel besser geht. Wir hätten Sie oft das Schmerzlichste vermisst, Mr. Holmes. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, glaube ich, wir bilden ein gutes Team. Holmes wechselte buchstäblich und mit einem Schlag die Farbe. Man sah, welche Mühe es ihn kostete, nicht die Beherrschung zu verlieren. Ehe er Lestrade als Teamgefährten bezeichnen würde, würde er sich lieber wie der grausame Shakespeare-sche Feldherr Titus Andronicus selbst die Hand abhacken. Hatten wir nicht eine Wette? Wollten Sie nicht den Mörder vor mir fangen? Lestrade begann, seine Hände zu kneten, wie immer, wenn er sich in die Enge getrieben sah. Heißt das, Sie wollen die fünf Pfund von mir? Wenn wir uns präzise an unsere Abmachungen halten wollten, müsste ich genau diesen Betrag einfordern. Andererseits... Andererseits? Andererseits haben wir zwar den Namen des Mörders ermittelt und ihn sogar persönlich kennengelernt. Näher kennengelernt, als uns lieb sein konnte. Der irdischen Gerechtigkeit konnten wir ihn leider nicht zuführen. Vielleicht ist er tot und treibt jetzt in der Donau aufs Schwarze Meer zu, wer weiß. Genau genommen habe ich also meinen Teil der Wette verloren. Und beinahe auch meinen Kopf, mitsamt dem Inhalt. Nicht wahr, Watson? Deshalb wäre es unbillig, Sie als Verlierer der Wette und mich als glorreichen Gewinner hinzustellen. Oh, Mr. Holmes, so viel Großzügigkeit. Das kann ich gar nicht... Wie soll ich das... Schwamm drüber. Was mich aber jetzt doch noch interessieren würde, Mr. Holmes, worum ging es hier eigentlich? Warum wurde Lasching ermordet? Weil er unter Akromegalie litt und jemand sein Blut untersuchen wollte. Damit es nicht auffiel, wurde der blutleere Leichnam verbrannt. Dann gab es diesen Einbruch bei der Ausstellung der hässlichsten Frau der Welt, Julia Pastrana. Sie litt unter Hypertrichose, das heißt, sie war behaart wie ein Pelztier. Jemand wollte ihr eine Hand abschneiden, wurde aber gestört. Die Absicht war, diese Hand medizinisch zu untersuchen. Dann jagte meinem Freund und Mitbewohner Dr. Watson, ein über- und überbehaarter Mann lateinamerikanischer Herkunft, in unserem Vorgarten den Schrecken seines Lebens ein. Und der Apotheker Colthroy fühlte sich durch ein ebensolches Wesen in seinem Garten belästigt. Doch ein bornierter Detektiv mochte ihm keinen Glauben schenken. Danach verschwand ein gewisser Dr. Barthorpe in Wales. Sein einziger Patient, den eine selten asiatische Krankheit allmählich in einen Baum verwandelte, wurde nach seinem natürlichen Tod beigesetzt. Aber in seinem Sarg fanden wir Dr. Barthorpe. Jemand hatte die Leiche zu Forschungszwecken gestohlen. Marie Lupe, eine ebenfalls unter Hypertrichose leidende Frau, schickte uns über ihren Bruder Wolfert jenen Mann, der Dr. Watson so erschreckt hatte, ihre schriftliche Lebensbeichte. Daraufhin wurde Wolfert im Auftrag seines eigenen Vaters als Verräter umgebracht. Die Lebensbeichte Marie Lups klärte uns über alle wichtigen Punkte des Falles auf. Dr. Watson wird so freundlich sein, sie abzuschreiben, Sie können sie also schon demnächst lesen. Marie Lupe war die Tochter von Dr. Antrenewski aus Mexiko, der, selber krank, versuchte, ein Heilmittel für seine Kinder zu finden. Dazu brauchte er Blut, sehr viel Blut, dass er, wie Sie wissen, Menschen stahl, die auf die Armenspeisung angewiesen waren. Antrenewski war am Schutze eines Zirkusunternehmens nach Wien in ein vorbereitetes Versteck geflohen. Wir folgten ihm dorthin. Dr. Watson wurde entführt und von Antrenewski in seine Pläne eingeweiht. Antrenewski wollte nicht nur ein Heilmittel für seine Tochter finden, sondern auch für sich eine neue leibliche Existenz erschaffen und einen neuen, idealen Menschen zusammenbasteln. Zu meiner Ehre muss ich sagen, dass mein Gehirn in den Kopf dieses neuen, idealen Menschen eingebaut werden sollte. In Wien konnte ich der Versuchung, Gustav Mahler als Dirigent des Lohngreen zu erleben, nicht widerstehen. Noch während der Vorstellung wurde ich entführt, betäubt und in Antrenewski's Versteck verbracht, das übrigens mitten in der Stadt lag. Marie Lupe selbst ließ ein Wesen frei, das ihr Vater geschaffen und gefangen gehalten hatte. Im Zuge einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen ihrem Vater und dem Geschöpf starb dieses. Was aus Antrenewski und seiner Tochter wurde, wissen wir nicht, weshalb ich mich auch nicht als Gewinner unserer Wette bezeichnen kann. So, Lestrat, das war unser Bericht in Kürze. Wollen Sie sagen, dass dieser Antrewski, oder wie er heißt, einen künstlichen Menschen geschaffen hat, wie Frankenstein? Ich will nicht nur das sagen, Lestrat. Antrenewski und Frankenstein, nun, sehen Sie selbst. Er hielt dem Polizisten den Zettel aus Landsteiners Notizbuch vor die Nase. Der holte seinen Zwicker heraus und sah lange darauf. Dann schaute er Holmes an, der den Blick mit überzeugender Ernsthaftigkeit erwiderte. Dann mich. Auch ich verzog keine Miene. Lestrat kam wohl zu dem Schluss, dass er es mit zwei völlig Verrückten zu tun haben musste. Den Zettel legte er auf den Tisch. Der Dienst ruft. Leben Sie wohl. Alles Gute. Und vielen Dank für alles. Die Wohnungstür fiel ins Schloss. Wir hörten ihn die Treppe hinunterpoltern, Mrs. Hudson etwas zurufen und die Haustür zuschlagen. Er bellte noch einmal sein heiseres Husten auf der Straße und rief eine Droschke. Holmes kicherte und rieb sich mit diebischer Freude die Hände. Es wird ihm niemand glauben, dem Ernsten. Er geht mit der Halle. Der Dienst ruft. Er geht mit der Asi. Er geht mit der Lied. Dage. Er geht mit der Halle. Untertitelung. BR 2018